Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 365. Mein Name ist René Außerdem mit dabei, der Basti. Gute und grüße wieder, wie der Berliner sagt. Ja, oder demnächst der Portugiese, das klingt ja alles irgendwie so ähnlich. Eigentlich war geplant, dass an dieser Stelle Magic Marvin auch noch mit dabei ist, der hängt aber noch auf dem Rückweg von der Arbeit und verspätet sich ein bisschen, kommt aber noch dazu, wenn er nicht vor totaler Erschöpfung irgendwie umfällt. Apropos Erschöpfung, Basti, wie geht's dir? Gerade frisch aus Berlin zurückgekommen? Ja, ich bin ein bisschen im Reisestress, soll ich mal so sagen. Ich bin nur ganz kurz hier extra für den Eintracht-Podcast nach Hause gegangen. Ich muss bald weiter mit dem Auto nach Luxemburg. Vor zwei Stunden aus Berlin gekommen und so in zwei, drei Stunden geht's weiter nach Luxemburg, um von da nach Portugal zu fliegen. Ja, es gibt stressfreie Routen, aber meine Güte, das tut man nicht alles, was tut man nicht alles, um die Eintracht zu sehen. Und damit sind wir auch schon bei unseren beiden Schwerpunktthemen für diese Sendung angelangt. Wir werden heute intensiv sprechen über Union und über das Spiel gegen Vittoria Guimares. So ausführlich, wie das irgendwie geht, weil wie Basti schon gerade eben sagte, er hat so ein bisschen Zeitdruck, Marvin hat auch so ein bisschen Zeitdruck hinten raus. Also von daher versuchen wir uns kurz zu halten. Und ich würde sagen, wir steigen mal ganz klassisch mit dem Thema Berlin an. Wie du ja gerade eben schon gesagt hast, gerade eben frisch gelandet, du warst beim Spiel vor Ort, durftest die Berliner Luft genießen. Das war jetzt doppeldeutig gemeint, eindeutig. Und wie war denn so die Stimmung vor Ort? Also ich habe es nur am Fernsehen miterlebt und es war krass laut. Ja, es war schon geil. Also man muss sagen, das war am Anfang, also meine Anreise war sehr, sehr friedlich, war eine Straßenbahn. Ich hatte erstmal so ein kleines, ja wie soll ich sagen, einen kleinen Hotelabfack, aber das werde ich beidrann als ich ausführlicher erzählen. Serviceabfack. Oha. Auf jeden Fall, nee, also wir sind dann zum Spiel gefahren. War alles easy. Also die Union-Fans haben sich gefreut. Du hast schon gemerkt, dass die auch Bock hatten. Das ist für die quasi genau das, einer der Gründe, warum sie in die Bundesliga wollten, weil sie Bock hatten, dass dann halt auch mal ein paar Aussichtsfans hinkommen. Das waren zwei gute Fans-Szenen, das hat sich auch im Stadion dann wieder gespiegelt. Dann habe ich mich vor dem Spiel so ein bisschen hier im Textil vergehen und den 390 Ultras getroffen. Dann habe ich deine angesprochene Berliner Luft auch zu mir nehmen dürfen. Ich dachte schon, es kommt müssen. Ich hatte es kurz im Kopf, aber es geht ja eigentlich, es ist jetzt so schlimm, es ist nicht. Und ja, dann sind wir Richtung Gästeblock. Das war ein bisschen nervig, weil es halt, wie es immer so ist, Polizei ist dann immer völlig aufgeregt und dann standen wir wieder ewig rum in so einem kleinen Weg, völlig unabhängig. So eine Not war das. Selbst der Ordnungsdienst hat dann teilweise auf die Polizei eingeredet und gesagt, Leute, was macht die denn hier für einen Scheiß? Also du hast wirklich gemerkt, dass das übertrieben war. Das ist da wieder unnötigerweise, weil eigentlich so Aggressionen dann erst entstehen, wenn du da einfach unnötigerweise rumstehst. Im Stadion selber, muss man sagen, ist halt ein altes Stadion. Das kann geil sein, ist halt natürlich ein bisschen blöd, wenn es tatsächlich nur einen Zugang zu so einem Block gibt. Also du hast dann, wenn du dann unten stehst, ich bin, ich stand die ersten zehn Minuten, glaube ich, unten, da musste ich kurz auf die Rette und dann kam ich nicht mehr runter wieder, weil ich keinen Bock hatte, mich da irgendwo durchzuquetschen. Dann stand ich immer weit oben. In der ersten Halbzeit hat man dann ja auch, ja, nicht viel verpasst. Wollte ich nicht sagen, ich habe es ja schon gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass viel Erwähnenswertes passiert ist. Es war ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Es war auch ein überschaubares Niveau, muss man sagen. Ich glaube, du hast es in Stock geschrieben, oder? Ich hatte es in Stock geschrieben, wie habe ich es so schön genannt, offener Schlagauftausch auf Zweitliga-Niveau. Was für mich jetzt nicht schlecht ist, also ich fand es ein sehr ansehnliches Spiel. Also es ging halt schon sehr offen hin und her, da war viel Tempo drin und du hattest halt immer schon das Gefühl, da kann halt jederzeit irgendwas passieren, aber das war halt auch so, okay, zwei Pässe nach vorne und dann wusstest du, okay, jetzt hat der Gegner gleich wieder den Ball und dann geht es wieder in die andere Richtung. Also von daher, ich glaube, das war dann auch so ein Stück weit einfach das, was das Spiel dann ausgemacht hat. Was diesen Podcast hier auch immer ausmacht, ist, wenn Marvin mit dabei ist, der ist nämlich jetzt in der Leitung. Oh, das ist aber sehr lieb. Hi, hallo. Das war eine perfekte Überleitung. Ja, gerade angefangen über dieses offene Zweitligaspiel gegen Berlin am Freitag zu sprechen. Offene Zweitligaspiel? Ja, auf Zweitliganiveau. In der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, was so Fehlpassverhalten und so angeht. Ja, ja. In der ersten Halbzeit war nicht so geil, muss man sagen. Also da habe ich jetzt keine Mannschaft gesehen, die hervorgestochen ist im positiven Sinne. Da habe ich dann auch so in der Zwischenzeit echt gedacht, okay, naja, 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 ob das hier überhaupt Tore gibt heute. Es schleicht sich so ein bisschen bei der Eintracht ein, dass die tatsächlich so am Anfang erst einmal wach werden müssen irgendwie. Ja. Marvin hatte gerade eben gesagt, eine Mannschaft gesehen, man muss schon auch sagen, dass Hütter so ein Stück weit auf uns gehört hat. Wir haben ja letzte Woche gefordert, wir hätten gerne eine etwas offensivere Aufstellung und wir hätten gerne Silber und Dost in der Sturmspitze und Dorm könnte mal auf rechts. Und das hat ja auch alles irgendwie funktioniert. Also offensiv waren wir da halt schon unterwegs. Wir haben es halt nur irgendwie nicht geschafft, mal wirklich über dieses Mittelfeld drüber hinweg zu kommen. Ja, ich weiß nicht. Hütter hat es ja vor dem Spiel gesagt. Er hat ja gesagt, ey, wir müssen jetzt diesmal, anders als in den Spielen davor, direkt da sein. Und es hat trotzdem wieder nicht funktioniert. Also es war jetzt nicht so schlimm. Wir haben die zurückgelegen, war gut. Also du hast schon so ein bisschen Beruhigung hattest du, dass du gesehen hast, okay, die Eintracht nimmt das hier auf jeden Fall an. Das hast du schon gesehen, fand ich. Diese Atmosphäre, die werden nicht überrumpelt, die lassen sich nicht irgendwie verrückt machen. Aber so ein bisschen schläfrig war das noch, fand ich. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber wie gesagt, man kann es also von der einen Seite wie auch von der anderen betrachten. Ich meine, so wirklich viele krasse Torchancen hat natürlich Union gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gehabt. Fand ich zumindest. Vielleicht habe ich es falsch gesehen. Aber ich glaube, das war relativ ungefährlich. Aber ja, die Eintracht hat sich auch erstmal nicht überrumpeln lassen. Hat selber auch nicht so wirklich viel getan in der ersten Halbzeit. Man war so ein bisschen so ein Abtasten. Man hat den Gegner aber immer in Ernst genommen. Er ist nicht ins offene Messer gelaufen, weil das hätte ja auch passieren können. Ich erinnere, gegen Augsburg, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, okay, du hast mit einem total offenen Visier gespielt, auch viele Chancen erarbeitet, aber dann halt auch defensiv noch schlimmer gearbeitet. Insofern war das jetzt schon ein Vorteil. Zum Glück ist die zweite Halbzeit, also keine Ahnung, was Hütter in der zweiten Halbzeit gemacht hat, beziehungsweise in der Halbzeit Pause. Aber da hat er die, wie soll ich sagen, korrekt angesprochen. Ja, also zweite Halbzeit komplett verändert, direkt von Anfang an. Eintracht das Spiel in die Hand genommen und Druck ausgeübt, was ja dann auch letztendlich kurz nach dem Anpfiff zu diesem 1-0 für die Eintracht geführt hat. Kostic haut das Ding da einfach mal mit voller Wucht aufs Tor und Dost steht halt goldrichtig und geht die zwei Schritte raus und eiskalt schiebt er das Ding da über die Linie. Also da hat sich dann halt die Qualität eines klassischen Mittelstürmers mit Tore Richard dann halt einfach auch gezeigt. Ja, aber deswegen wollte ich den drin haben. Also es war ja tatsächlich so, dass jeder gesagt hat, Paciencia ist on fire und so bla bla bla. Aber ich meine, wenn du so ein Spiel erwartest, was ja dann in der ersten Halbzeit auch war, viel Stückwerk, dann ist nämlich genau das das Wichtige. Du gehst dann da plötzlich einfach mal in Führung. Das war ja jetzt kein rausgespieltes Tor. Aber du führst halt. Und ich fand, dass du es der Mannschaft dann angemerkt hast, zu sehen, okay, dieser berühmte Dosenöffner, dass du das Gefühl hast, okay, Dosenöffner. Das haben wir schon Sendungsschüttel. Sehr gut, geht alles sehr, sehr schnell. Wir, auf jeden Fall, hattest du dann das Gefühl, die Fans und Mannschaft sind so ein bisschen beruhigt. Also klar, die Atmosphäre ist nicht schlechter geworden. Also man muss auch ein Kompliment an die Union-Fans machen. Das ist schon eine geile Atmosphäre da. Die Altra-Fans haben auch den Teil dazu beigetragen. Also es war stimmungsmäßig genau das, was man erwartet hatte. Das war einfach geil. Ich finde das einfach geil. Auch wenn man natürlich dann viel Gegner-Fans hat, was man eigentlich nicht will. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Und dann hatten wir dieses Tor, was so ein bisschen diese Befürchtung, die wir hatten in der Sendung davor, das hat sich für mich trotzdem so ein bisschen beruhigt, sozusagen, okay, die Altra kann die trotzdem in Führung gehen und nicht umgekehrt. Weil stell dir vor, Union hätte dieses gleiche Tor geschossen. Dann hätte nämlich diese Verselbstständigung stattfinden können. Das kam nicht. Die Eintracht hat dann das Tor gemacht. Jeder hatte dann auch das Gefühl gehabt, ja gut, eigentlich gehört das so, weil wir auch gesagt haben, eigentlich sind wir besser. Und wenn wir den Kampf annehmen, was wir getan haben, gewinnen wir das Ding. Das hast du dann in den Minuten danach auch gesehen. Und einer von euch wird hoffentlich jetzt bestimmt diese geile Flanke von So ansprechen. Alter. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Hofmeister-Moment. So muss eine Flanke aussehen. Das Ding war halt einfach sowas von grandios. Den Lauf, trotzdem den Kopf oben sehen, wo der Mitspieler ist und dieses Ding dann halt einfach so genial da reinbringen. Und du hast halt richtig gesehen, Silva zeigt an, dass er das Ding auf den Kopf haben will. Also, das war wow, 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 wow. Also, schöner kannst du das Ding echt nicht machen. Dann gegen die Laufrichtung vom Torhüter gekopft. Damit haben sie halt beide da vorne drin, die wir unbedingt da sehen wollten, ihre Buden gemacht, was einfach auch extrem wichtig war. Ja, auf jeden Fall. Also, das hat mir extrem gut gefallen. Da habe ich echt dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses besondere Gefühl gehabt, weil der ganze Spielzug einfach herausragend geil gemacht hat. Und ich muss auch sagen, das passt dann halt auch einfach gut und du hast ein bisschen Gefühl der Genialität doch wieder zurückgewonnen. Und da, ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, na ja, ist es vielleicht so, dass die Eintracht so ein bisschen das geniale Moment verliert und halt jetzt eher zu einer anderen Spieltaktik zurückkehrt, weil sie vielleicht nicht dieses Spielermaterial hat, was wir uns in den letzten, ja, Jahren gewünscht haben und was wir auch über weite Strecken gesehen haben. Aber ich meine, gut, diese Flanke von So richtig gut und Silva steht am richtigen, ja, am richtigen Pfost beziehungsweise steht direkt vor dem Tor und macht das wunderbar rein. Das war für mich ein grandioser Moment. Und da war ich dann auch eigentlich so, wo ich gesagt habe, okay, geil, sie ist doch ganz schön abgeklärt, diese Eintracht. Was man auch dazu sagen muss, Silva ja nicht nur in dem Fall als Verwerter der Flanke, sondern auch vorher das ein oder andere Mal schon als Flankengeber für Dost unterwegs gewesen, wo wir auch immer so ein bisschen gesagt haben, okay, wie ist das jetzt mit irgendwie Alternative für einen Rebic, der dann auch mal auf die Außen geht? Das hat Silva durchaus gezeigt, dass er das auch kann. Am Ende ist zwar aus den Dingern dann nichts geworden, weil Dost den Ball zweimal da knapp verfehlt hat, aber der kann auch durchaus Vorbereiter von so Dingern sein. Ja, ich finde, die Mischung ist gut. Ich finde, mir gefällt das. Deswegen habe ich auch, obwohl Patience ja echt gut ist, ich finde diese Mischung bei den beiden echt gut. Der eine ist so ein klassischer, oldschool, 90er-Jahre-Vollstrecker, der dann einfach da rumsteht und du wirklich einfach, der sagt dann einfach, hier, klopft mir das Ding auf den Kopf, ich mache ihn rein. Dann hast du mit Silva jemanden, auch so ein typischer Eintracht-Tanzfair auf Next Level in den letzten Jahren. Einer, der es irgendwo nicht ganz geschafft hat, so wie Kostic, dem du dich aber annimmst und der dann das Gefühl hat, der ist jetzt in einer neuen Mannschaft und ist jetzt nicht mehr nur eine Nummer. Also, dass du denkst, okay, der ist für uns wertvoll, das Gefühl geben wir ihm, der zahlt das irgendwie zurück. Und bei ihm hatten wir ja die ganze Zeit die Hoffnung. Und es hat sich auch schon angedeutet, dass es jetzt aber so schnell geht, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Also es gab Gerüchte, dass er verletzt ist. Ja, richtig. Dass er jetzt erst beweisen muss. Aber ich finde, bis jetzt macht er das super. Wenn Dost auch noch mehr Fitness bekommt, dann haben wir echt drei gute Stimme da vorne, was wirklich ja nicht selbstverständlich ist, nachdem wir die drei verloren haben. Dass du einigermaßen, weiß ich nicht, ja vielleicht so eine neue Liebe entwickeln kannst, zu sagen, die sind zwar anders, aber die sind auch irgendwie geil. Ja. Und so haben wir auch schon gesagt, dass wir jede Woche hier predigen, dass man weg von der Kurzfristigkeit muss, weil es gab auch ganz viele, die den schon wieder draußen haben wollten, weil er wirklich eklatante Fehler gemacht hat. Gut aber zu sehen, dass der sich gar nicht davon verunsichern lässt und mittlerweile nicht nur mitschwimmt, sondern dem Spieler auch so ein bisschen seinen Stempel aufdrückt. Und meiner Meinung nach, wenn das Stempelkissen sauber ist, ist es bei ihm ein geiler Stempel. Ja. Der hat schon eine Art zu passen und eine Übersicht, die kann schon geil werden, wenn der sich dann halt an die Bundesliga gewöhnt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, aber zumindest in Ansätzen ist es immer mehr erkennbar. Und das würde ich jetzt durchziehen mit dem. Also für mich ist der sehr, sehr wichtig. Mittlerweile. Also von daher, ja, das Mitschleppen muss dann halt an der Stelle einfach stattfinden. Und er muss ja auch noch so ein bisschen dann seine Position in der Mannschaft oder auf dem Feld dann einfach auch finden. Und da zeigt sich auch einfach so ein bisschen, wenn er dann eher wirklich so in die Offensive oder mal auf die Außen gehen kann, dass ihm das eher liegt, als wenn er auf so einer Sechser-Position irgendwie spielen muss. Aber das hatten wir ja auch schon gesagt. Ja, genau. Aber trotzdem ist es ja schon beeindruckend, was die Neuverpflichtungen jetzt schon gerissen haben. Bei So war es jetzt schon die zweite Flanke, beziehungsweise die zweite Torvorlage. Das ist auch nicht so schlecht in, glaube ich, vier Spielen. Du hast gesehen, Bas Dost trifft, wenn er eingesetzt wird, auch regelmäßiger. Und André Silva hat auch schon zwei Tore gemacht. Das ist alles nicht so verkehrt. Also ich erinnere mich an den einen oder anderen Spiele, der nach 18 Spielen, also der kam und hat 18 Spiele gemacht und hat dann immer noch zwei Tore gehabt. Also ich meine, die können alle noch aufbauen, aber das sieht jetzt schon richtig gut aus und so langsam formiert sich da vorne was. Mit der Alternative, dass du Patienz da hast, der auch torgefährlich ist. Das dürften dann die drei sein, an denen es sich ein bisschen erzündet. Und wenn du dann diese kreative Masse dann da hast mit Jibril Sow, der langsam reinschwimmt, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rückendeckung vom Team bekommt, dass er halt auch mal ein Stück abfallen kann. Ja, dann sehe ich da viel Positives. Viel Positives habe ich aber auch nicht nur in der Offensive gesehen, sondern man spricht mittlerweile fast gar nicht mehr über Al-Mami Touré, der irgendwie dann einfach gut Fußball spielt. Das ist wirklich, wir hatten es ja, wir hatten ja zumindest die Hoffnung und haben es ab und zu mal gesagt, dass wir denken, okay, vielleicht kann er tatsächlich auf dieser Position eine Hilfe sein, weil er ja als komplett Außenverteidiger ein bisschen überfordert wirkte. Also es wirkt für mich sehr gut. Also der, der hat eine Ruhe am Ball teilweise, das beeindruckt mich. und ähnlich wie Soho, also die positiven Eindrücke, die überwiegen bei mir, dass ich sage, okay, er gibt ihm die Zeit, dass er die negativen mit Erfahrung abstellen kann. Dann kann das eine gute Alternative werden, gerade im Hinblick auf Portugal, wenn wir jetzt überlegen, Hasebe ist auf jeden Fall erst mal verletzt, dass du sagst, tatsächlich diese Verteidigung, die wir hier schon mal in die Zukunft gemalt haben, links in Dika, rechts Touréne, Mitte Hinteräcker, das könnte tatsächlich jetzt in Portugal zum ersten Mal so sein und ich habe keine Bauchschmerzen damit und du musst überlegen, das wäre eine Abwehr ohne Abram und Hasebe, da hätten wir uns hier präventiv ins Krankenhaus einliefern lassen, weil wir einen Herzinfarkt kriegt hätten. Haha, genau das. Wenn das in der Vergangenheit passiert wäre. Jetzt denkst du, oh cool, da kann ich in die Kammer spielen. Also wir haben es ja schon gesagt, der wichtigste Neuzugang im Sommer war die Breite und wenn sich jetzt noch einzelne Spitzen entwickeln, dann bin ich tatsächlich positiver gestimmt, als ich dachte, weil ich die Befürchtung hatte und eigentlich mir einreden wollte, ja, man darf sich nicht zu sehr aufregen, man darf nicht zu enttäuscht sein. Ich habe gedacht, das dauert viel, viel länger. Ich habe gedacht, vielleicht haben wir jetzt echt auch eine Graubrot-Hinrunde, kann auch immer noch passieren, weiß man nicht. Wir sind erst mal am Anfang, also nichts heraufgeschwimmt. Klar, es gibt negative Aspekte auch, die man aufgreifen kann. Trotzdem überwiegen für mich die positiven und an denen halte ich mich lieber fest als an den negativen eigentlich. Kommen wir trotzdem noch kurz zu negativen. Union hat dann ja auch gewechselt, hat Becker und später auch Uccia gebracht und wir sind, haben uns wieder so ein bisschen ins Träumeland gegangen, fand ich, und haben dann einfach auch Union zu viel Platz gelassen, was am Ende dann zu diesem 2-1 geführt hat, wobei man sagen muss, dass davor schon ein Schuss auf das Tor der Eintracht kam, wo Trapp sich richtig lang macht und gefühlt irgendwie die Finger nochmal einen Zentimeter wachsen, damit er den Ball da oben noch aus der Ecke rauskratzt. Und da hatte ich dann kurzfristig so ein bisschen Schiss, dass es dann am Ende dann doch wieder irgendwie so ein 2-2 wird und man sich dann irgendwie nicht belohnt. Frag mich mal, ich konnte da kaum noch hinschauen, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Das war einfach auch unnötig, weil du dann aus so einer einigermaßen Erleichterung, weil deine anfänglichen Befürchtungen sich nicht bewahrheitet haben, irgendwie sich so in Beruhigung redest auch, also du, wenn du so mit deinem Nebenanbarn bist, sagst, brauche ich Zeit an, bla bla bla, 20, wichtig, wichtig, wichtig. Und dann kommt dieser Uccia, mit dem man sowieso keine positiven Assoziationen hat, muss ich sagen. Ja. Also der hat damals vor dem Relegationsspiel in Bremen, glaube ich, das Tor vorbereitet. Ja. Dann hat er diese zweiten Buden bei uns gemacht, woher rumtanzt du jetzt schon? Da habe ich gedacht, mein Gott, das ist wie so ein Virus. Aber gut, ist ja nichts passiert. Also du hast schon Trapp angesprochen, muss man bei dem Positiven auch noch schreiben, dass er dann auch da war. Trapp war ein erstaunlicher, also was heißt nie erstaunlich, wir kennen alle Trapp und wissen, was er für Qualitäten hat, aber er hat die Eintracht natürlich vor Schlimmerem bewahrt, war immer zur Stelle und ganz ehrlich, die Paraden, die er da abgeliefert hat, sowieso war dieser Spieltag auch so ein bisschen ein Spieltag der guten Paraden, habe ich das Gefühl gehabt. Also die Torhüter hatten diesmal ein ganz gutes Wochenende, zumindest von den Spielen, die ich komplett gesehen habe und da hat mir Trapp auch enorm gut gefallen, das war super. Und na klar, am Ende war ich auch wieder, wo ich gedacht habe, Mann, warum lassen die das denn zu, weil sie sind natürlich, René, da hast du ja vollkommen recht, ein Stück weit in den Tiefschlaf gefallen, was mich nicht, ja, was mich nicht erfreut hat, weil es gab so, und es gab dann so zehn Minuten, wo die fünf Torschüsse hatten, wir keinen einzigen, wo wir die eigentlich aus irgendeinem Grund haben kommen lassen, wahrscheinlich ist nun ein Spiel natürlich auch kraftraubend, muss aber dann sagen, dass wir uns nach dem 2-1 nicht mehr in der komplette Betrainershand bringen lassen, es war auch schon relativ spät und da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass die Eintracht verlaufe, so gerade ab der 90. Minute oder kurz davor auch schon, wenn sie einen Ball hatte, wussten sie einigen mal was mit anzufangen, damit sie die drei Minuten auch noch rumbekommen. Ja, das ist richtig und dann kam dieser Schlussmoment, der Schiri hat generell über das ganze Spiel sehr wenig Karten verteilt und hat auch sehr viel laufen lassen, was ich prinzipiell erstmal eine gute Aktion fand, einfach weil man gemerkt hat, es hilft dem Spiel, aber ohne, dass es jetzt irgendwie total überhart ist, also da war ja jetzt nicht irgendwie so, dass man Angst haben muss, dass jetzt irgendwie permanent Knochen über den Platz fliegen, aber dann kam eben diese Situation relativ kurz vor Schluss, wo dieser hohe Ball in den Strafraum kommt und Trapp da hingeht und Hasebe abräumt und da verstehe ich tatsächlich nicht, man sieht, dass der Spieler ganz offensichtlich da liegt, mitten im Strafraum, sich nicht bewegt, erstens geht keiner so richtig hin und guckt und zweitens pfeift der Schiri auch nicht ab, gerade während dann halt auch wieder ein Angriff von Berlin läuft, fand ich das an der Stelle so ein bisschen fragwürdig. Ja, ich fühle mich immer schwer, über Schiedsrichterleistung zu reden, wenn ich im Stadion war und in diesem Fan-Modus bin. Mich hat der teilweise schon sehr, sehr aufgeregt, aber das ist wahrscheinlich dann aber auch wirklich diese Anspannung, mal Vereinsbrille, Dingsbums, deswegen kann ich jetzt hier kein fundiertes Urteil dazu abgeben, weil tendenziell nervt dich jeder Schiedsrichter, wenn du im Stadion-Modus bist. Haha, ja, so ist es. Das ist leider richtig, ja. Also insofern, ja, für mich war die Szene jetzt nicht so relevant, dass wir darüber sprechen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war da echt dann das Ende geil, wir haben gewonnen, scheiß drauf. Das Einzige, was ich halt echt dann problematisch fand, was natürlich jetzt an seine Kreise zieht, ist die Tatsache, dass die zwei ja dann irgendwie aneinander gekracht sind in diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem, ja, wie soll ich sagen, eine Anderreihung unglücklicher Umstände und das jetzt zur Folge halt, dass Hasebe halt für die Woche ausfällt, ne? Ja, also er war wohl wirklich dann kurz bewusstlos, er hat ja auch mit vollem Schwung den Oberschenkel von Kevin Trapp da ins Gesicht bekommen, Trapp dann auch noch ungünstig irgendwie gefallen und hat sich irgendwie danach dann die Schulter gehalten. Also Hasebe wird auf jeden Fall, so wie das ja jetzt gesagt wurde, erst mal gegen, in der Euro-Liga ausfallen und für die Liga müssen wir dann mal gucken und Trapp ist ein Fragezeichen dahinter, das wäre natürlich jetzt beides, also ist beides erst mal sehr blöd. Ja, ich habe immer so Schiss, da tut man einfach doch Unrecht, aber wenn die Eintracht so vage Sachen wie Schulterbläsur sagt, dann denke ich mir, oh Gott, Alter, was soll das heißen? Ich weiß es nicht, das ist so, Hasebe scheint ja ziemlich eindeutig zu sein, Gehirnerschüttung eine Woche, oder so. Ja, was aber auch richtig ist erst mal. Ja, eben, da soll man auch chillen, lieber zu spät als zu früh reinkommen, aber Schulterbläsur ist so ein bisschen, ja, was soll ich damit anfangen? So wie, wenn ich Marvin frage, und wie geht es dir? Und sagt er, ja, ich bin malat und dann denke ich mir, wie lang denn, Alter? Also das ist so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist jetzt dann halt wirklich so die Frage, ist es jetzt erst mal nur irgendwie geprellt oder ist es mehr, wie schmerzfrei, ist er dann halt da auch im Training, ich glaube, da ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch schwierig, da eine Aussage zu treffen. Ja, es ist trotzdem so, du hast immer das Gefühl, bei der Eintracht, die wollen immer viel beschönigen. Die sagen dann, ja, und jetzt haben wir hier Statements und im Endeffekt liest du Statements und bist trotzdem bei Trapp auch überhaupt nicht schlauer. Das kann man ja auch einfach so sagen, man weiß es halt noch nicht. Das war in der Vergangenheit tatsächlich oft so, Dennis ist jetzt nicht da, aber Dennis und ich haben ja dann ein Fail dafür. Das hat bei Fabian angefangen, das ist bei Abram immer so gewesen. So, ja, da kommt der da, da kommt der da und dann wird es immer eine Woche mehr. Ich hoffe einfach, dass Trapp nichts hat, weil das wäre schon eine mittlere Katastrophe, muss ich sagen. Ja, aber das klingt ja nicht so. Aber das klingt ja nicht so. Erstmal nicht. Nee, weil ja auch gesagt wurde, setzt morgen mit dem Training aus. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Die Frage ist halt, wie lange, ob, wenn sich das nochmal verlängert, dann ist es natürlich schon blöd. Aber dann muss wahrscheinlich irgendwann mal weiter mit seinem Team Renault zurückkehren. Ja, keine Ahnung. Weil, aber ich gehe da nicht davon aus. Ich glaube, am Donnerstag ist er wieder fit. Aber wenn, dann wird es natürlich spannend, weil dann müssen wir uns natürlich wirklich über die alternativen Gedanken machen und müssen, dann kommt vielleicht Renault wirklich nochmal rein. Aber ich hoffe darauf, dass die Maschine Kevin Trapp spätestens am Donnerstag wieder einsatzfähig ist. Ja, also ich wäre da jetzt auch erstmal positiv. Der ist genauso eine Kämpfernatur wie die anderen in der Mannschaft auch. Der wird sich da jetzt erstmal durchbeißen und solange da jetzt nicht wirklich irgendwie was gestaucht, gebrochen, gesund irgendwas ist, wird er sich da schon das nicht nehmen lassen, da am Donnerstag zwischen den Pfosten zu stehen. Von daher wäre ich da jetzt noch ein bisschen skeptischer als ihr, aber lasst mich natürlich gerne auf euren Optimismus bleiben. Hier wird auch gar nichts anderes übrig bleiben. Vielleicht bleibt euch dann im Endeffekt nichts anderes übrig als Team Renault zu gehen. Ich bin gespannt. Ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir ja schon beim Donnerstag. Wir spielen gegen Vitoria Guimarec, falls man das so ausspricht, auswärts. Basti hat schon gesagt, er tritt heute quasi schon die Reise an und darf da mal eben über Luxemburg dahin fahren. Das war glaube ich auch das Einzige, was jetzt tatsächlich noch in einem bezahlbaren Rahmen dann zu erwerben war, korrekt? Ich habe jetzt den Twist nicht verstanden. Was hast du jetzt gemeint? Ich habe gesagt, du reist über Luxemburg an, weil das dann auch letztendlich das Einzige war, was man jetzt noch zu einem halbwegs vernünftigen Preis irgendwie an Reisemöglichkeit bekommen konnte. Ja, das Problem war am Anfang, dass das ja so unsicher war, wann dieses Ding ist. Es hieß erst Mittwoch, dann gab es Gerüchte, vielleicht Donnerstag und blablabla. Stimmt, das war ja auch nochmal die Geschichte, ja. Und dann habe ich gesagt, komm, dann bleibe ich eine ganze Woche und das war dann aber irgendwann sehr, sehr teuer von Frankfurt aus, weil ich dann auch ein bisschen hin und her überlegt habe, wie mache ich dies, wie mache ich das, ich kann mir denn jetzt auch aus Berlin. Habe mich dann für diese Variante entschieden, die ich eben schon angesprochen hatte am Anfang, dass ich hier ein paar Stunden in Frankfurt bin und jetzt noch weiter nach Luxemburg. Ja, es gibt stressfreie Anreisen, aber gut. Genau, da war ja noch im Vorfeld diese Diskussion, an welchem Tag jetzt tatsächlich das Spiel stattfindet, weil auch in den Nachbarstädten, die relativ dicht beieinander liegen, Fußball gespielt wird und dann irgendwie so das Problem war mit Sicherheitskräften und Abstand und dies und das, aber letztendlich ist es dann doch der Donnerstag 21 Uhr geworden ursprünglich oder davor war mal irgendwie angedacht, ich glaube sogar Mittwoch 18 Uhr oder irgendwas so eine ganz komische Uhrzeit. Mittwoch 16.50 Uhr oder 16.50 Uhr, also so eine ganz, ganz merkwürdige Uhrzeit war da am Anfang mal in der Diskussion, ja. Ja, da bin ich auch froh, dass das nicht der Fall ist, ja. Ja, genau, ich glaube wir haben beide eine relativ abenteuerliche Anreise, aber ich wollte gerade sagen, deines ist ja auch nicht viel unspektakulärer. Über welches Land fliegst du? Russland oder? Naja, Rheinland, fast genauso schlimm tatsächlich. Grüße nach Köln, deine Prognose zum FC, nimmt Formen an, würde ich sagen. Ja, es ist leider genau so, es ist ja nicht so, dass ich es wahrhaben wollte, aber es ist halt in meinem Gefühl und das drückt mich im Sinne des 1. FC Köln, ja leider, aber gut, 4-0 zu Hause gegen die Erde zu verlieren, hätte ich keinen Bock drauf, ja, aber aus den bekannten Gründen offenbar. Ne, aber zurück zum, ja, ich denke auch, also es ist wirklich so, dass ich froh bin, dass ich überhaupt da hinfahre, aber ich fahre, wie gesagt, über Köln und fliege dann nach Lissabon, das heißt, ja, wir müssten ja eigentlich so nach Porto, deswegen fahre ich dann mit dem Auto weiter, ich miete mir für eine Woche ein Auto, fahre dann irgendwie erst an die Küste und dann nach Porto, 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 nach Porto und da bleibe ich dann halt ein paar Tage und dann sammle ich irgendwann am Donnerstag hin, passt die eine und dann fahren wir nach Guimaraesch oder wie das auch immer heißt und dann gucken wir uns zu Spielern und fahren wieder zurück und am Freitag fliege ich dann von Porto und dann aber nach Amsterdam, siehste, es ist ein wenig abenteuerlich, denn dann geht es direkt zum Wrestling nach Oberhausen, insofern, man kann Dinge verbinden, wenn man will und das Gute ist, Amsterdam bei Oberhausen, das ist ja quasi ums Eck, ja, ist ja tendenziell wirklich nicht so weit und der Vorteil ist, dass es halt extrem viel günstiger ist als alles andere, was ich eben machen wollte, ich hatte natürlich auch Frankfurt geguckt, aber das ist echt ein Preis, ja, habe ich auch mit Ohren geschlackert, wie ich meine. Das finde ich sowieso eine Frechheit, was diese Preise dann ansteigen, sobald da irgendwie diese Fußballthematik da dazu kommt, um irgendwie das 6, 7, 8 Fache, das ist auch sowas von, vor allem das Schlimme ist, wenn du dir dann die Preise anguckst eine Woche später, 17 Euro hin, 30 zurück und du denkst, ja, fuck you, Alter, also das ist echt, ja, ja, das ist irgendwie alles sehr, sehr unverschämt. Dann steigt immer der Preis, während des Buchungsvorgangs noch und so ein Kram, das ist echt. Alter, das ist so eine Scheiße, weil ich mich das erwüten gemacht habe, ich habe dann gebucht, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen eigentlich her, du buchst, du versuchst, dass es irgendwie klappt und dann guckst du fünf Minuten später, ja, nee, leider ist der schon weg, aber der andere hat sich um 80 Euro erhöht und du denkst, okay, aber mit diesem Preis brauche ich das eigentlich nicht mehr von so weit weg machen, weil dann musst du natürlich auch die Kosten dazu rechnen, wie kommst du hin, gibt es vielleicht eine günstige Bahnverbindung und so weiter, das ist richtig viel Scheiße, also diese fluiden Preise da, das nervt. Das ist ja vielleicht krass, hatten wir ja auch, als wir in Tallinn waren, war es ja auch so, dass wir uns bis nachts Whatsapps geschrieben haben und so, ja, dann nehmen wir das und dann gibt es nicht mehr und Head Mac, Jack Mac, kein Bock, aber gut. Aber genau, aber ich bin froh, dass wir es jetzt halt trotzdem hinbekommen haben, dass jeder im Endeffekt einen ganz guten Flug hat, wir bleiben ja auch alle ein paar Tage länger, machen mal ein bisschen Urlaub, wird auch mal Zeit und dann gucken wir uns auch mal ein bisschen, anscheinend bei besserem Wetter als hier in Frankfurt, ein bisschen das Land an und naja, gucken wir am besten, dass wir halt drei Punkte mitnehmen, würde ich behaupten. Das wäre wichtig, sowohl wir als auch Guimardes haben bislang in der Gruppe noch nicht punkten können, wir ja 3-0 gegen Arsenal, das Ding nicht gewonnen. Gut zusammengefasst. Ja, genau. Und Guimardes 2-0 gegen Lüttich nach Hause gehen müssen. Verloren ist ein gutes Wort für nicht gewonnen. Verloren ist ein gutes Wort für nicht gewonnen, aber es klingt wieder so hart, deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal mit nicht gewonnen. 2-0 nicht gewonnen. 2-0 nicht gewonnen, kann man so sagen. Ich habe auch mal geguckt, Guimardes steht in der Liga auch irgendwie so, hm, Rang 6 ist auch irgendwie alles dabei, so unentschieden, gewonnen, 1-2 Spiele gewonnen, also auch da jetzt irgendwie so, hm, alles oder nix. Ja, geht es mal nicht auch. Nee, Rede, ein Rasenpunkt. Im Gegensatz zu Ente war ich da schon mal. Guck mal. Schatz feiert. Schatz feiert, genau. Da war alles mal dabei, da ist mal ein Spiel, da hat mal ein Spiel stattgefunden, das ist ja auch irgendwie ausgegangen und nicht gewonnen, mal nicht verloren. Mal unentschieden. Ja, so macht man das halt. So macht man das halt, genau. Sagt doch einfach die Wahrheit, dass keiner von uns drei überhaupt eine Ahnung hat von diesem Verein, das muss man auch oft zugeben können. Nein, wirklich nicht. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, also man merkt nicht. Oh, der Verein her. Wie viele Spiele hast du denn von Gimardes gesehen? Zwei Zusammenfassungen, also wie viele Spiele zählt das? Gar nicht. Na ja, zwei Spiele. Also sind in der Liga jetzt auch eher so auf Platz vier jetzt gerade, haben gerade, ich glaube heute war das Spiel oder gestern? Ne, heute war das Spiel. 1-0 gegen Pacos de Ferreira gewonnen, stehen hinter Porto. Ja, ist so. Haben auch relativ viele Spieler, die man aus Porto-Zeiten vielleicht noch kennt. Ich habe mich für ihn mal so ein bisschen durch diesen Kader geklickt, den ein oder anderen Namen, da kennt man eben aber auch eher aus der Zeit von Porto. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Mein Lieblingsspieler André André. Oh ja, das stimmt, okay, den kennt man ja. Ja gut, siehst du jetzt mit dem Schut aus, aber wir können diese Mannschaft nicht wirklich realisieren. Nee, können wir nicht. Also ich sage ja, du kennst ein paar Spiele aus dieser Porto-Zeit, aber jetzt halt auch tatsächlich sonst wenig Spiele gesehen. Liga NOS ist jetzt auch überhaupt nicht die Liga, wo ich in irgendeiner Art und Weise mal sonst reingucke. Was wir festhalten können, ist glaube ich, dass wenn die Eintracht weiterkommen will, was ich denen mal unterstelle, sollte man da gewinnen, tatsächlich, dann sollte man tatsächlich dort gewinnen oder zumindest unentschieden holen. Also, das ist, glaube ich, trotzdem der schlechteste Gegner der Gruppe, oder? Ich würde sie zumindest so einstufen wollen. Ja, und ganz ehrlich, sie sind am wenigsten unbequem. Das ist der Christoph, also ich meine, natürlich sind die jetzt auch nicht leicht zu bespielen, wie viele, aber trotzdem sind die der wenigen, am wenigsten unbequeme Gegner. Lüttich wird eine ganz heiße Partie. Beide Dinge, also ich meine, zu Hause ist es noch ein bisschen relaxter, aber in Lüttich, ah, das wird ein enges Zerren und so, da bin ich, da gehe ich jetzt schon von aus, aber ich glaube, in Portugal, der Eintritt hat genügend Qualität und das Gute ist, wir haben ein paar Spieler in unseren Reihen, die den Verein besser kennen als wir, wenn wir ihn hier gerade bewerten und das ist natürlich auch ein ganz gutes Ding, also wie gesagt, wir haben über Silber gesprochen, Bas Dost hat die letzten Jahre in dieser Liga gekickt, kennt natürlich auch diesen Verein, das hilft uns auf jeden Fall und ich glaube, das ist ja auch noch aus der Zeit, genau, das ist ja ebenso, ich denke, da gibt es den einen oder anderen Tipp, der damit einfließt, abgesehen davon, dass ich glaube, dass die Eintracht auch dementsprechend schon ein ganz gutes Scouting am Start hat und das schon näher beleuchtet, aber wie gesagt, für mich ist es ein schlagbarer Gegner, das musst du gewinnen, wenn du weiterkommen willst und dann schauen wir mal, wie es läuft, aber ich bin da relativ positiv, denn keiner der Spieler, die da spielen, die sind jetzt auf so einem krassen Niveau, dass wir jetzt irgendwie vor Angst zittern müssen. Ja, wie gesagt, was ich halt gar nicht einschätzen kann, ist wie die, die Euroleague annehmen, ob das für die auch was krasses ist, so zu denken, oh geil, wir sind ein kleinerer Verein, immer im Schatten dieser größeren Vereine in Portugal, wir gehen da jetzt auch mal ab, das kann ich gar nicht einschätzen. Also, oder ob das so ein Ding ist, wo dann kaum Fans sind, weißt du, also die haben uns jetzt schon ziemlich viele Karten gegeben, das heißt, die hätten jetzt nicht damit gerechnet, ihr Stadion selber auszuverkaufen. Also gehe ich eher von Letzterem aus, dass die das nicht ganz so interessant finden, ich weiß es aber gar nicht, also ich kenne weder die Fanszene noch irgendwas. Ist ja aber auch spannend, mal da hinzufahren, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, das haben wir schon bei Kake von bei allen möglichen anderen Orten gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt nach Kimmerich fahren, glaube ich, sondern, gucken wir mal, also es wird auf jeden Fall spannend, ich habe auf jeden Fall Bock, also ich habe auch Bock, weil es mal so, ja, es wird mal was anderes. Ich habe auch große Lust, das ist wie gesagt mein allererstes Mal Portugal, ich habe es ja leider beim letzten Mal nicht geschafft, als wir beim FC Porto waren, da warst du ja da, Basti, das war etwas, was ich leider aussparen musste, insofern freue ich mich jetzt zum allerersten Mal in dieses Land zu fahren und hoffe mit drei Punkten wieder heimzukehren und ich glaube, das ist insgesamt, ja, wir haben ja keine leichte Gruppe, also ich meine, das ist wirklich, die ist so ein bisschen verdeckter, die hat nicht so diese ganz klaren Hammer, aber die ist umso trickier, aber das werden wir, glaube ich, annehmen, ich glaube nicht, dass diese Mannschaft nachlässig ist, gerade in der Europa League, die sind schon wieder geil und ich glaube, die werden sich auch freuen, ein paar Grad wärmer jetzt noch zu kicken, das ist ja das letzte Mal, weil ansonsten geht es nur in Gebiete, in denen es noch kälter wird, zumindest jetzt bis zum Winter, insofern reicht es vielleicht für einen legeren Sommerkick, dass André Silva nochmal eine Schippe drauflegen kann und vielleicht gehen wir reich einfach von selbst besiegt. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, es scheint jetzt tatsächlich, sofern die Aufzeichnungen hier beim Kicker stimmen, tatsächlich erst die zweite Euroleague zu sein, die die spielen. Die letzte war 2017, 2018 und da waren sie in einer Gruppe mit Salzburg, Olympik und irgendeinem bulgarisch-russischen Verein und sind da nach der Gruppenphase dann auch mit fünf Punkten auf dem vierten Platz leider wieder rausgegangen. Also es könnte durchaus sein, dass die da auch so ein bisschen Bock drauf haben, weil es für die jetzt auch nichts irgendwie Alltägliches ist und wie Basti schon sagte, da wahrscheinlich auch sonst die Chancen in der Liga sind, wo du ja so diese typischen zwei, drei Vereine hast, die da oben immer irgendwie drin sind, vielleicht da auch jetzt nicht so häufig vorkommen, da mal reinzurücken, also dass die das schon durchaus ernst nehmen könnten. Ist jetzt nur so eine Einschätzung. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber wie gesagt, also ich glaube, das Stadion könnte, ich weiß nicht genau, wie viele Eintracht-Fans jetzt genau mitreisen, aber es dürften schon einige sein, was ich halt auch mega geil finde. Es sind wieder mehrere tausend Eintracht-Fans und das ist halt auch das Ding, man lässt sich halt nicht irgendwie durch widrige Umstände irgendwo beeinflussen, weil ich aber sagen muss, was schade ist und deswegen können nicht ganz so viele mit, dass die Fufa es diesmal auch aufgrund der Kontor-Situation beziehungsweise Kontor- beziehungsweise Thomas Cook-Situation nicht geschafft hat, in diesen Wirren jetzt noch einen Flug zu chartern. Das wäre halt noch geiler gewesen, hätte sie nämlich noch mal Leute mit abholen können. Das klappt jetzt leider nicht. Die Fufa ja sonst immer und auch da sehr bemüht, möglichst viele Leute abzuholen und auch mitzunehmen in die verschiedenen Länder. Das klappt diesmal nicht. Ich hoffe, dass es dann beim nächsten Spiel der Fall ist, aber wir sehen auch die Eintracht und beziehungsweise die Reisefreudigkeit der Eintracht wird beeinflusst dadurch, was so auf dem internationalen Flugmarkt so los ist. Ja, das ist richtig. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass es einfach extrem geil wird für alle, die da vor Ort sein können. Genau. Sagt Bescheid, wenn ihr da seid und wir sind auf alle Fälle da. Ich darf leider am Samt, an diesem Donnerstag nichts trinken. Das heißt also, wenn wir uns sehen, dann trinken wir mal alle eine Cola oder so. Wir trinken dann einen Porto. Ja, oder einen Porto. Naja gut, es kommt auch darauf an, wann wir uns sehen. Wenn wir uns um 16 Uhr sehen, dann dürfte da schon was möglich sein. So ein kleines Bierchen, die Superbock, die sind ja jetzt auch gar nicht so problematisch. Aber dann... Darauf habe ich auch wieder Bock. Da renne ich. Superbock, geil. Superbock, geiles Bier, schmeckt lecker. Ich bin mal gespannt. Ich kenne die kulinarischen Gegebenheiten in Portugal nicht. Da bin ich sehr freudig, diese Manier kennenzulernen. Und ansonsten habe ich einfach oft gehört, dass Porto eine schöne Stadt ist. Da werde ich mich hauptsächlich aufhalten. Ich weiß nicht, Guermarage mag bestimmt auch ganz toll sein. Aber man kann ja aber erstmal nicht alles sehen. Das ist korrekt. Ich weiß, dass die kulinarischen, was ich mich noch erinnere, klatschen überall ein Ei drauf. Egal was es ist. Was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Ich weiß nicht, es gab Sachen, da hätte ich es nicht gebraucht. Aber gut. Zum Beispiel? Ich werde beobachten. Alles. Name it. Überall. Burger, Pizza. Ja, wieso? Ei auf Burger geht doch. Pizza mit Ei geht auch. Nicht so der Fan. Aber gut. Milchreis. Überall. Hast du gerade Milchreis gesagt? Ja. Ja gut. Überall. Überall ein Ei drauf war. Da wäre ich jetzt wiederum auch nicht so begeistert von. Also Milchreis mit dem Ei drauf. Die haben das Sprichwort back dir ein Ei drauf zu wörtlich genommen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Schwierig. Tendenziell doch eher schwierig. Aber gut, ich lasse mich davon überraschen. Ich bin ja, ach genau, die Pastel Del Nata und so weiter. Meine Güte, stimmt. Wir waren nochmal, wir haben ja mal einen Dreh gemacht bei einem Portugiesen in Sachsenhausen. Basti, weißt du noch? Genau. Also die Süßigkeiten, die kenne ich schon. Bin aber auch für Vertiefungen durchaus zu haben. Genau. Also dann, wenn ihr Marvin seht, erklärt ihm doch mal, was da die kulinarischen Highlights sind und worauf er sich konzentrieren sollte. Wenn er sich nicht gerade auf das Fußballspiel der Eintracht konzentriert und mir jetzt ganz konzentriert sagt, mit welcher Aufstellung wir denn da am Donnerstag in das Spiel starten? Ja, das ist halt eine gute Frage, weil schlussendlich würde ich auch hier jetzt nicht zu irgendwelchen großartigen Rotationsbemühungen übergehen. Ich würde vielleicht mal sagen, man könnte den Dicker schon mal spielen lassen jetzt. Ich will es nicht noch, ich wiederhole mich und mir kommt mir langsam echt blöd dabei vor. Würde dann vielleicht sagen, hier, du, Toree, hast ein super Spiel gemacht, alles gut. Nimm dich jetzt mal wieder raus, beim Ligaspiel bist du wieder dabei, aber lass den Dicker jetzt mal spielen. Das würde ich vielleicht machen. Wobei der Toree sich natürlich auch jeden Einsatz gerade verdient hat. Ansonsten würde ich da vorne allein auch in Sachen einspielen und so nichts verändern. Also, das wäre mein einzelner Wechsel. Bis auf Hasebe, dann musst du ja wechseln. Stimmt. Nee, weißt du was? Stimmt, du hast recht. Hasebe, habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist verletzt. Ja, dann rutscht doch einfach in Dicker in die Mitte. Ja, genau, so würde ich es machen. Ich würde in Dicker in die Mitte setzen und Toree rechts, Hinteregger links, Trab logischerweise im Tor, dann Kostic, Fernandes, Durm, dann ein Stück weiter vorne, Sohn, Kamada, Silber und Dost. Das ist meine Aufstellung. Also auch offensive Hütte. Auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund. Wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt hier der größte Verein, gegen den wir schon mal gespielt haben. Nee, 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 nee. Also, da habe ich Respekt vor. Ich bin auch sehr angetan, wenn die Option Gacinovic wieder in Erwägung gezogen wird, gerade für einen Wechsel. Aber ansonsten würde ich da auch vorne offensiv genauso spielen wie gegen Union. Denn das hat sich bewährt. Das war ein positiver Startschuss. Und so will ich es eigentlich weiterhaben. Ich würde Hinteregger in die Mitte tun und Endika nach links, aber das sind ja nur Feinheiten. Ja, da war ich auch der Punkt, wo ich so ein bisschen am überlegen war, dass ich da vielleicht in der Mitte irgendeinen hätte, der in so einem Hasebe-Style da hinten mehr Sicherheit ausstrahlt. Da weiß ich gerade nicht, ob Endika da derjenige, welcher für mich wäre. Da hätte ich jetzt auch eher den Hinti gesehen, aber ja, das wäre in der Tat eher Feinheit. Ansonsten wäre ich da voll zu sehen. Also linker Fuß, ja, ist es auch gut. Ich meine, bei dem Endeffekt haben beide linken Fuß und können beide links spielen. Aber das wäre so, ich würde Touré auch drin lassen. Meine Güte, er ist noch jung, der kriegt da seine Pausen auf jeden Fall. Abraham wird auch wieder komplett rein in sich beißen. Das wird schon sich irgendwie wieder ausgleichen von den Einsätzen. Ja, aber Touré ist jetzt, hat er jetzt gut gespielt, es gibt auch keinen Grund, ihn aus seinem Flow rauszuholen jetzt. Und ich glaube, ist nicht dann auch irgendwann wieder Länderspielpause jetzt? Wann ist denn das? Nach dem Bremen-Ding ist schon wieder Länderspielpause. Deswegen kann man diese Rotationssachen auch so ein bisschen an die Seite schieben, weil es ganz ehrlich ist, am Anfang der Saison noch zwei Spiele durchkleinen sollte das schon drin sein. Gerade, weil du ja jetzt fast eine Woche Pause dann gehabt hast. Dann sollte das schon drin sein, dass ich sagen würde, Touré bleibt drin. Was interessant ist, wenn wir die auf rechts stellen, Durm wollten wir zwei letzte Mal, hat mich defensiv auch überzeugt, aber offensiv kam da jetzt nicht so viel, was ich eher andersrum erwartet hätte. Weil er glaube ich auch selber mal erwähnt hatte, dass er eigentlich sich auch als so offensiven Spieler sieht. Da bin ich ein bisschen ambivalent, ob da Costa oder Durm. Also Fakt ist aber doch, dass Durm ja gegen Dortmund durchaus offensiv Akzente gesetzt hat. Also das hat mir schon gefallen. Also da waren echt gute Sachen dabei. Jetzt war es ein bisschen zurückgezogen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde aber trotzdem auch, ja es ist schwierig, weil das Problem ist, was wir jetzt gerade sehen, wenn wir darüber die Aufstellung sprechen, dass wir in einem ein Stück weit in einer, ja in einer Regelmäßigkeit, in einer Regelmäßigkeit verfallen, die uns da Costa schon fast vernachlässigen lässt. Und das sollte man vielleicht echt nicht tun. Genau. Ich würde nämlich auch denken, dass so ein Spiel auch für da Costa, wenn du es schon sagst, gut ist, wieder reinzukommen. Weil du kannst ja jetzt nicht so verdrängen zu sagen, ey, du musst auch wieder auf Touren kommen, weil das ist auch schon wichtig. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte man das tun. Ich glaube auch, dass wir keine Angst haben brauchen, da Costa bei diesem Spiel spielen zu lassen. Der ist so ein geiler Junge und der hat auch bestimmt wieder richtig Bock. Vielleicht ist er jetzt auch wieder ein bisschen aufgetankt, hat vielleicht nochmal so ein bisschen konzeptionell überlegt, ob er für sich vielleicht noch ein bisschen mehr sich anders bewegen kann, um erfolgreiche Chancen zu verarbeiten, keine Ahnung, beziehungsweise zu erarbeiten überhaupt. Also kann man auch spielen lassen. Finde ich überhaupt nicht nachteilig. Ich glaube, wir sind aber da halt auch echt ganz gut aufgestellt, weil uns beide bislang nicht wirklich enttäuscht haben. Also vielleicht nicht auf ihr Niveau gekommen, aber es ist ja, da haben wir nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern zwischen zwei wohlschmeckenden Gerichten. Ich habe gerade eben nochmal der Vollständigkeit halber in den Spielplan geguckt. Also es sieht jetzt folgendermaßen aus, also am Donnerstag Guimarisch und am Sonntag dann Bremen und dann ist wieder diese Länderspielpause und dann ist unser nächstes Spiel am Freitag, den 18.10. zu Hause gegen Leverkusen. Ja, siehst du, deswegen würde ich da tatsächlich gar nicht zu virutieren und die Leute, die Bock haben, kicken lassen und ich würde auch offensiv das angehen. Also Kamada, ich würde aber tatsächlich diesmal Dost draußen lassen und ein paar Sinter spielen lassen, aber nur, auch wieder nur Bauchgefühle ohne Argumente, weil er vielleicht einfach Bock hat, sich da zu beweisen, also zu denken, Silber und er fahren zusammen in der portugiesischen Mannschaft. Das könnte ich mir auch vorstellen, er war ja bei der Auslosung schon, hatte er sich ja schon gefreut, weil er erst mal nicht glaubte, irgendwie Porto wäre in die Gruppe gezogen worden. Also ich könnte mir schon durch vorstellen, dass der da eine extrem hohe Motivation bei dem Ding hat. Ja, deswegen. Und Dost ist ja scheinbar auch noch nicht komplett fit, das heißt, der kann dann so ein bisschen, vielleicht kann dann irgendwann reinkommen und dann gegen Bremen wieder zu Hause. Ich fände es ganz geil, wenn Hütters schafft die Dreibeiler Laune zu halten, weil, wie gesagt, Patienzjahr sehe ich auch nicht in der ersten Elf, aber so ganz raus. Das sollte man auch nicht tun, damit er halt diese Aufgabe gut erfüllen kann, der für mich hat, das ist dieses Joker-Ding, zu sagen, okay, Dost bei dir reicht gegen Bremen, vielleicht hat er mal für 70 oder 60 Minuten, dann kommt er noch mal 20 Minuten rein. Damit kann es Gini ja gegen Gimresch so ein Spiel einfach mal geben. Wobei Sost jetzt gegen Union ja erst irgendwie Anfang 80. ausgewechselt wurde, also er war ja schon relativ lange auf dem Feld. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ihm noch was fehlt, zu sagen, okay, der kann immer spielen. Das stimmt. Deswegen kannst du ihm jetzt vielleicht die Pause dann geben und Patienzjahr dann quasi gegen den Portugiesen Verein extra motivieren auch nochmal und dafür belohnen, dass er tatsächlich ja auch gescored hat. Also man sollte ihn jetzt trotzdem nicht vergessen, weil er auch wichtige Qualitäten in das Spiel bringen kann, die dann vielleicht bei so einem Auswärtsspiel, wo du vielleicht tatsächlich gar nicht so komplett drauf gehst, auch helfen können. Wer weiß schon. Also ich bin da sehr, sehr entspannt. Das ist halt einfach geil. Nochmal, auch wenn es den Leuten echt zu den Augen raushängt, das ist doch geil zu wissen, okay, wir haben hier untereinander auch unterschiedliche Vorstellungen, wer wann wo spielt, aber die Alternative des anderen macht dem anderen keine Bauchschmerzen, sondern da würde ich auch am Ende des Tages mitgehen und sagen, ja klar, wenn ihr sagt, der soll spielen, dann bin ich dabei. Also es ist krass, zu sagen, dass du so viele Möglichkeiten da hast. Und Marvin hat Gacinovic auch schon angesprochen. Wenn der jetzt mal wieder reinkommen würde, fände ich es auch interessant zu sehen, wie er das annimmt, dass er jetzt halt nicht mehr wirklich allererste Wahl zu sein scheint momentan und wie geht er damit um. Das kann man bei ihm ja auch noch nicht einschätzen, weil er trotzdem eine lange Zeit, wenn er dann einigermaßen in Form war, immer gespielt hat, vielleicht hat er auch Bock, weil ich glaube, gegen wen kam er rein? Gegen Düsseldorf kam er rein. Da hat er auch irgendwie ganz anders gewirkt. Plötzlich wollte er zeigen, hier, ich bin auch noch da, also, ist doch eine sehr, sehr, sehr gute Situation. Ja, finde ich ganz gut, finde ich, ja, ist ein Ansatz. Lustiger ist, dass Bas Dost gerade gegen Guillaume Reis keine so gute Torquote hat. Ich meine, der hat ja unglaublich viele Tore in Portugal gemacht und ich habe, glaube ich, aber in seinem ganzen Aufeinandertreffen irgendwie nur zweimal gegen Guillaume Reis getroffen und auch komplette Saisons gegen die ohne Torerfolg geblieben. Entweder kann er das anstacheln oder er hat noch keine Lösung für Guillaume Reis gefunden. Weiß nicht, welche Lehren unser lieber Herr Hütter daraus zieht, aber kann es entweder in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen, aber wir sind, wie du eben richtig gesagt hast, da positiv besetzt und beide haben die Qualitäten zu treffen. Ich glaube aber durchaus auch, dass es halt auch gerade für den Landsmann ganz schön ist, Paciencia gegen einen Verein zu spielen, der aus seinem Land kommt. Ich glaube, das tut ihm sowieso ganz gut. Bei dem könnte ich mir dann sogar auch mal hier so ein schönes Special vorstellen hier bei DAZN. Paciencia kommt zurück nach Hause und es ist halt mehr oder weniger nach Hause, Portugal. Und ich kann mir beides gut vorstellen, könnte aber auch, wie gesagt, deswegen meine erste Ausstellung war ja mit Dost weiterzuarbeiten, damit sich das noch ein bisschen besser einspielt. Aber es ist schön, diese Option zu haben, auch wenn wir sagen müssen, dass Joveli jetzt erstmal keine großartige Rolle spielt, aber das ist eine Position, der er sich wahrscheinlich auch bewusst war, auch wenn es am Anfang der Spielzeit irgendwie so war, dass man gedacht hat, okay, jetzt spielt er häufiger, weil wir halt einfach keinen anderen hatten. Ja, das ist richtig. Was tippt ihr denn, wie das Ding am Donnerstag ausgehen wird? Basti? 2-0 für die Eintracht. Einigermaßen runtergespielt. Marvin? Ich sag 3-1. Ich sag 3-0. Das hat mir beim letzten Mal gut gefallen. Na gut. Schön. Schön. Dann werden wir mal schauen, wie das am Donnerstag ausgeht. Das Besprechen des Spiels gegen Bremen lassen wir jetzt an dieser Stelle mal ausfallen, weil das ist einfach noch so ewig lange hin. Ich weiß nicht, macht ihr am Donnerstag nach dem Spiel noch irgendwie eine Fußball-2000-Ausgabe vor Ort? Ja, also da wird es auf jeden Fall was geben, je nachdem, in welcher Stimmung wir dann sind. Mal sehen, in welche Richtung das geht, das weiß man ja vorher noch nicht. Aber da werden wir auf jeden Fall was machen. Ganz klar ist halt auch, dass Bremen natürlich jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt hat gegen Dortmund. Ärgert mich ein bisschen, dass mittlerweile so viele Leute gegen Dortmund punkten. Aber für uns war es gut, weil ich glaube, das war schon ein Stück weit ein Startschuss. Bremen ist keine schlechte Mannschaft, die werden schwierig zu bespielen sein, aber der Vorteil ist, dass wir zu Hause spielen und ja, gegen Bremen weiß man nie so genau, aber es ist unbequem der Gegner auf jeden Fall. Ja, mich hat es geärgert, weil ich zu Geld geil war. Ich hatte die Möglichkeit, als Dortmund zwei Einzelentführung gegangen war, meinen Tippschein auszucachen für 22 Euro und ich habe gedacht, da kommt die 4 Euro bis 26 Euro und nimmst du noch mit. Dortmund wird das Ding ja wohl nach Hause fahren. Am Ende stand ich ohne Kohle da. Herzlichen Dank. Kennst du aber auch dummerweise Dortmund nicht so wirklich, weil man muss schon sagen, dass Dortmund in dieser Saison ernsthaft Probleme hat, einen klaren Ball mal auf die Reihe zu bekommen, der länger dauert als 10 Minuten. Das hast du gegen die Eintracht auch gemerkt, die waren wirklich ohne Not zum Teil. Schwierig, Leute. Verstehe es auch nicht. Warum ich meinen Tippschein nicht ausgecashed habe oder warum Dortmund nicht in der Lage ist, die zu gewinnen? Beides. Ich weiß nicht, also Dortmund, die spielen, die haben echt eine gute Anlage, aber irgendwie hast du das Gefühl, die schlafen selber bei ihrem eigenen Spiel ein. Also die spielen sich da vorne hin, fällt dir man sich ein, dann machen die zwei Tore und auch Flanken aus dem Halbfeld, bla 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 bla. Ja, da geht es nicht weiter. Das hatten wir ja gegen uns auch. Also dieses, ich verstehe gar nicht genau, was da ist. Also, weil die Mannschaft an sich eigentlich ganz geil ist. irgendwie kriegen sie es gerade nicht so richtig auf den Platz. Ja, dafür muss es ja Gründe geben, aber die sind mehr noch schleierhaft. Ja, schwierig. Diese ganze Liga ist gerade, müssen wir uns nicht mehr mit beschäftigen, haben wir schon einen Punkt gegen die geholt, alles gut. Wichtigen Punkt, ohne Scheiß, weil dann hätte ich, ohne Scheiß, wer hätte jetzt, wer hätte jetzt einen Punkt geholt und wir hätten dann leerausgegangen, hätte ich mich echt geärgert. Aber ich meine, ja, aber es ist halt, für uns ist es gut, wir müssen jetzt sehen, dass wir die anderen Spiele, das würde auch was abrobben, aber Leute, das ist doch jetzt schon mal ziemlich gut. Wir sind ordentlich dabei, wir haben zehn Punkte, das ist ein richtig guter Stand mittlerweile, wir sind aktuell jetzt auch überhaupt nicht in irgendwelchen Bedrängnissen unterwegs, während ich sehe, dass andere Vereine logischerweise jetzt halt schon irgendwo am Tabellenkeller nach sechs Spieltagen rumkrebsen. Ich meine, wir haben zehn Punkte nach sechs Spielen, alles jiggy, aber guck dir an, ich meine, bei Paderborn hat es jeder erwartet, aber wie du eben hast, da wurde Köln angesprochen. Das ist schwierig, genauso die Mainzer-Situation. Da haben wir jetzt wahrscheinlich, so das kann sein, dass Schwarz vielleicht abgelöst wird, weil, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch da an ihm festhalten, Fakt ist, das Spiel, wer sich es angeguckt hat, der wird auch merken, es war ein Aufmesser schneidet, es hätte genauso gut auch 1-1 ausgehen können, da hätten wir wahrscheinlich wieder anders geredet. Es ist echt eng und ich bin sehr, sehr froh, dass wir damit nichts zu tun haben, denn unser Vorsprung nach unten ist ja auch größer als nach oben und wenn ich gucke, drei Punkte mehr und schon sind wir wieder in der Europacup-Verlosung. Nach sechs Spieltagen sagt das nichts, aber die zehn Punkte, die gefallen mir jetzt schon gut und die können nächste Woche gerne ausgebaut werden. Das ist richtig. Ich glaube, so entwickelt sich die Mannschaft tatsächlich auch gut. Ich glaube, wenn du jetzt nicht den allergrößten Druck hast und aber gleichzeitig noch die Europacup-Saison, du hast ja deine Dreifachbelastung, spielst ja auch noch einen Pokal, dass du dann einigermaßen ganz guten Flow reinbekommst und am Ende vielleicht wirklich Nutznießer von einigen negativen Überraschungen bist, kann ich mir echt gut vorstellen. Es wäre jetzt echt uncool, würden wir auf der 14-15 rumkrebsen, aber wenn du jetzt schon die Grundlage dafür legst, dann wird es vielleicht auch am Ende der Saison gar nicht so weit kommen, dass du überhaupt da unten viel zu tun hast. Ja, dann sind wir bei der angesprochenen Breite im Kader, die uns da halt auch einfach sehr gut helfen kann. Das hatten wir schon ein paar Mal gesagt, dass das mit so die wichtigste Veränderung in dieser Saison war. Ja, und mittlerweile muss man ja sagen, dass sich die Verpflichtung, die dann halt ein Bobic getan hat, sich halt auch auszahlen. Das waren jetzt halt auch die Transfers, die Bobic maßgeblich auch beeinflusst hat, wenn es um Soul geht, die halt den Karren, sag ich mal, die aus dem Dreck gezogen haben, aber die das Spiel positiv verändert haben und nicht die, die jetzt schon ein paar Jahre da waren. Also ist schon, langsam greift alles ineinander über und es ist auch schön, das zu sehen, weil du mehr als nur für eine Verhackstückung des Frankfurter Spiels hattest, sondern ein Stückweise auch gesehen hast, okay, da greifen Rädchen ineinander und das Spielsystem sah auch ein Stück weit besser aus. Das war jetzt nur Union, wir werden andere Probleme noch bekommen gegen andere Gegner. Aber nur mal ganz kurz, ich habe das ja gar nicht mitbekommen am Anfang. Basti, wie ist denn deine Einschätzung? Denkst du, die Unioner können sich halten oder wird das eher nichts? Puh, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich würde tatsächlich sagen, ja, wenn die durchziehen, aber wir haben das ja bei ähnlichen Vereinen auch schon gesehen, die spielerisch limitiert sind. Am Ende reicht dann, glaube ich, diese Euphorie nicht aus. Das ist dieses Typische, dass du dann denkst, ja, 24, 25, 26 ist der Spieltag. Da geht es dann in die entscheidende Phase irgendwie. Und wenn du da dann, weiß ich nicht, irgendwie bei einem Auswärtsspiel bist, wo dir dann irgendwie die Kraft oder die Qualität fehlt und dann da irgendwie einen Punkt zu holen, was dann vielleicht erfahrenere Mannschaften, gegen die du dich dann im Abschriegskampf wehren musst, wie, und Mainz ist halt eine Mannschaft, die ist zum Beispiel im Abschriegskampf, glaube ich, erfahren als Union. Die spielen dann irgendwie, gewinnen die dann zu Hause 2-1 gegen irgendjemanden, keiner weiß warum und das hat Union jetzt noch nicht geschafft. Find, aber auch hier ist es für eine abschließende Analyse noch zu früh. Also man muss halt gucken, wie die das machen, weil im Endeffekt können die es schon schaffen, weil meiner Meinung nach momentan Mannschaften wie Paderborn, Mainz und auch Augsburg, obwohl die über denen sind, sind meiner Meinung nach momentan schlechter als Union. Und wenn das so bleibt, kann Union auf jeden Fall auch aufgrund eigener Stärke, aber hauptsächlich aufgrund der Schwäche anderer das schaffen, weil wenn ich es realistisch sehe, ist der erste Abstiegsplatz sowieso schon mit Paderborn vergeben. Ja, es zieht es ja dann noch aus. Und dann ist ja nur noch ein direkter Offen. Und das ist natürlich eine Sache, das kann Union irgendwie schaffen. Also ich sehe die jetzt nicht als klaren zweiten Absteiger neben Paderborn, sondern die werden sich da betteln mit den anderen. Ich habe irgendwie Bock, das hoffen, dass wir im Absteigen sind. Das ist natürlich schon eine knacker Überraschung. Es kommt halt auch echt drauf an, wie lange die jetzt halt da noch weitermachen. Weil ich meine, natürlich ist das eine Mannschaft, die wesentlich mehr Qualität hat, aber was bringt all die Qualität, wenn du es nicht wirklich auf den Platz bekommst? Ich meine, das ist schon interessant tatsächlich. Also ich bin unsicher, weil du natürlich, es ist halt eng, aber verlier erst mal 3-0 zu Hause gegen Gladbach. Gladbach ist ein Top-Team, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Hoffenheim muss, wenn sie jetzt da drin bleiben wollen, müssen die langsam mal Punkte holen. Und die Sache ist halt auch die, im Endeffekt interessiert die. Da gibt es ja keinen Hype. Du wirst in Hoffenheim nie, glaube ich, diesen Nicht-Abstiegshype initiieren können. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn andere Top-Vereine oder Vereine mit einer großen Fanbase da runterrutschen und dann rückt plötzlich alles zusammen, dann gibt es dann Hashtags, wie wir sie aus Frankfurt kennen oder aus anderen Städten, dann gibt es dann so ein bisschen Bemühungen. Ja, aber gut, in Hoffenheim kommen dann halt noch 500 Leute weniger. Ja, aber auch hier das Problem, wenn ich es mir bei Union Berlin schon vorstellen kann, dass sie drinbleiben aufgrund der mangelnden Qualität von anderen, ist das bei Hoffenheim leider so. Also es ist leider unrealistisch. Also es ist so eine kleine Stille Hoffnung, die du hast. Wenn Hoffenheim es aber nicht gebacken, kriegt die nächsten Jahre. Nächstes Jahr könnte es interessant werden. Sagen wir mal, es steigen jetzt zwei Grauben ab und nächstes Jahr kommen Stuttgart und Hamburg dazu. Dann wird die Luft unten schon dünner. Dann kannst du wieder irgendwie so eine Überraschungsabsteiger haben. Ich würde sagen, da reicht dann einmal so ein blöder Fehltritt und dann hängst du da unten drin, weißt nicht warum, aber ist dann halt auch durch. Ja, das ist wirklich, naja, wir werden es beobachten, aber was Marvin gesagt hat, ist für mich das Wichtigste. Gefühlt hat die Eintracht dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist trotzdem auch langfristig gesehen eine Weiterentwicklung, die wir noch nicht oft hatten. Also wir haben ja, Marvin und ich haben glaube ich mal eine Video-Vorschau gemacht oder so, wo wir gesagt haben, Hashtag X, die Eintracht kann von Platz 6 bis 16 alles erreichen. Das war ja jahrelang so. Und jetzt hast du ein bisschen zumindest zu sagen, okay, das hat sich jetzt ein bisschen geändert von, die Eintracht kann von 4 bis 14 alles irgendwie. Ja, es schiebt sich so ein bisschen nach oben, ne? Bisschen nach oben. Diese Spanne ist zwar natürlich noch groß, weil Marvin hat es auch angesprochen, die Bundesliga ist ja massiv ausgeglichen. Guck dir das Mann, da 10 Punkte, 10 Punkte, 11 Punkte, also die sind ja alle beieinander. Das wird sich auch noch irgendwann trennen und ich hoffe, dass die Eintracht ja in den ersten Teil landet von dieser Trennung. Was aber auch am Ende ja okay ist. Also so eine Liga, wie du sie in anderen Ländern hast, wo irgendwie so die ersten drei ganz dicht beieinander sind und dann kommt irgendwie gefühlt irgendwie 20 Punkte Abstand und dann kommen irgendwie so die Plätze 4 bis 13. Da hast du ja auch Null Bock drauf. Ja gut, aber das, da, René, muss ich dich leider enttäuschen, das könnte sich auch diese Saison wieder so darstellen, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Dass du Bayern, Leipzig, Dortmund da vorne drin hast und dann der Rest. Und Freiburg, nicht vergessen. Freiburg? Ja gut. Ich, ich, ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Ich freu mich jetzt schon auf die 93-Folge, wo David und Axel den Spieltag besprechen. Das könnte großartig werden. Hervorragend, weil ich bleib dabei, Freiburg hat auch tatsächlich ein bisschen Glück mit dem Spielplan gehabt. Dabei bleib ich. Dabei würde ich jetzt auch bleiben, aber allein die Vorstellung ist schon sehr lustig. Naja. Gut. Nichtsdestotrotz, macht Freiburg gute Arbeit? Das darf man gar nicht, das darf man gar nicht gering genug einschätzen. Was die ständig da rausballern und die selbstverständlich teilweise die Klasse halten mit Spielern, die sich selber hochziehen, in einem ruhigen Umfeld mit einem geilen Trainer. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, aber. Alter, die sind auf drei gerade. Das ist natürlich, ich weiß, es ist eine Momentaufnahme, aber trotzdem, das ist schon gut. Aber man muss da erstmal auswärts in Düsseldorf gewinnen. Düsseldorf ist auch für mich natürlich ein tendenzieller Abstiegskandidat, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, da geht gar nichts dieses Jahr. Überhaupt nicht. Also da ist es schon einigermaßen eng, die holen sich auch so gegenseitig die Punkte ab, aber das Freiburg auf der drei ist aktuell, das zeigt schon von Qualität, wenn wir jetzt hier schon bei der generellen Bundesliga-Besprechung sind, muss ich aber schon noch sagen, dass Schalke mir am Samstag die eine ein oder anderen hellen Moment beschert hat. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, nur die Zusammenfassung danach, aber ja, es muss sehr schön gewesen sein. Es war lustigerweise das allererste Mal seit Ewigkeiten, dass ich ein gutes Spiel von Schalke gesehen habe und dann halt auch so, ja gut, könnte schlimmer laufen tatsächlich. Ja, das ist korrekt. Mir passt das nicht so ganz, muss ich sagen. Also klar, dass sie in Leipzig wonnen, passt mir schon, aber dass die plötzlich so gut in die Saison kommen, passt mir nicht, weil das trotzdem immer noch einer von diesen Vereinen ist, auf die man schielt, wenn man denkt, na, wenn die sich dumm anstellen, landen die hinter uns. Ja, klar. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber auch da kann das ja dann jetzt auch einfach eine Momentaufnahme sein und vielleicht stolpern sie dann auch in zwei Wochen wieder oder so. Weiß ja auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Trainer ist ganz geil. Ich bin gespannt. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Alles spannend, liebe Freunde. So ist es. Und wir sind mittendrin. Spannend bleibt es dann jetzt auch bei dem Thema, was macht eigentlich und dann gucken wir mal, was so ehemalige Spieler von uns vielleicht heute noch tun. Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich Ja, was macht eigentlich Was macht eigentlich Was macht eigentlich Was macht eigentlich Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der Du weißt schon, wen ich meine Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein So, ich habe mal einen Spieler herausgesucht, der auch so ein bisschen verletzungstechnisch geplagt war. Er kam damals von und wahrscheinlich werdet ihr jetzt relativ schnell erraten, um welchen Spieler es geht. Er kam von Pauli. Er ging nach... Sankt Pauli heißt das. Entschuldigung. Er kam von Sankt Pauli, blieb eine ganze Zeit lang, ging nach Wolfsburg und durfte da aber auch nur acht Spiele spielen. Und es gab diese wunderbare oder vielleicht noch weniger wunderbare Situation, wo er gleichzeitig bei zwei Fußballvereinen angestellt war und deswegen für drei Monate von der FIFA gesperrt wurde. Chris, oder? Korrekt. 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 Chris, der 2003 nach Frankfurt kam, dann sind wir ja in dieser wunderbaren Saison abgestiegen, darauf folgend. Und dann hat er sich kurzerhand nach Brasilien abgesetzt und ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich hatte versucht, das rauszukriegen, aber es scheint wohl irgendwie auch so ein bisschen dubiose Geschäfte gewesen zu sein. Hat er gleichzeitig, während er eigentlich noch einen gültigen Vertrag in Frankfurt hatte, einen Vertrag bei einem brasilianischen Fünfligisten unterschrieben und daraufhin hatte ich FIFA ihn mal eben spontan für drei Monate gesperrt. Sie haben es dann irgendwann später nach auf Bitten und Betteln der Eintracht dann in eine Geldstrafe umgewandelt von einer Viertelmillion, die die Eintracht dann auch übernommen hat. Hatte ich so absolut nicht mehr auf dem Schirm, dass diese Thematik damals war. Ich bin da letztens bei der Recherche irgendwie über gestolpert. Also ist schon krass. Muss ich auch gestehen, das war mir auch ein Fein. Aber bei Chris habe ich immer, das denke ich immer an so einen Spieler, der echt ein Mördergeil war, der aber dem sein Körper nicht mitgemacht hat. Also der war immer zu entscheidenden Situationen war der immer verletzt, weil eigentlich war das ein Riesen-Kicker. Ja. Es war immer so ein bisschen schade, dass du das Gefühl hattest, der ist fast sogar zu gut für die Eintracht, aber war dann halt bei der Eintracht, weil halt diese Thematik bei ihm da war. Du hast das schon angesprochen, hat er sich glaube ich dann auch nicht durchgesetzt. Also schade eigentlich, was macht er heute eigentlich? Er hatte ich versucht rauszukriegen, er hat bis 2013 tatsächlich gespielt und hat dann aber auch seine Karriere beendet, die, wie du schon sagtest, sehr viel mit Verletzungen geplagt war. 2006 hatte er eine Bandscheibenoperation, dann hatte er im gleichen Jahr dann wieder einen Innenbandschaden, dann hatte er eine Fußsohlenverletzung, eine Leistenzerrung, eine Nervenentzündung, dann war wieder die Bandscheibe dran. Also der Kerl war auch gefühlt irgendwie immer nur so ein Drittel von der Saison maximal irgendwie da und dann wieder Ewigkeiten unter dem Messer, zuletzt tatsächlich 2011, dann wieder mit einer Bandscheibenoperation und hat 2013 dann die Fußballschuhe an den Nagel gängt, was jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange her ist. Ach, das ist auch irgendwie eine ganz ärgerliche Kiste, weil Chris fand ich immer wirklich ein guter Spieler, der mega Anlagen hatte und auch dem Spiel, der Eintracht grundsätzlich gut getan hat, war irgendwie auch so ein Typ. Also keine Ahnung, wenn ich an Chris denke, denke ich immer wieder so an ein Hasebe in nicht ganz so gut. Also in gut, aber nicht ganz so gut. Ich weiß nicht warum, also gut natürlich auch ähnliche Spielsysteme, aber es war trotzdem jemand, der uns gut zu Gesicht gestanden hat und der wäre ja mal verletzungsfreier geblieben und hätte nicht irgendwelche, ja keine Ahnung, ja Vertragsverwicklungen gehabt, die ungünstig waren, hätte er auch noch mehr draus werden können. Aber gut, ich fand auch lustig, der ist ja genau auch nochmal zu Wolfsburg, nicht, oder? Ich glaube, er ist nach Wolfsburg gegangen, er sollte ja zwischenzeitlich schon mal irgendwie nach Wolfsburg, weil er auch klassische Eintracht eine festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag hatte und Magath wollte ihn unbedingt nach Wolfsburg holen, dann war aber die Eintracht zu schlau und hat ihm einen Folgevertrag auf den Tisch gelegt, ohne festgeschriebene Ablösesumme, deswegen ist er dann von 2003 bis 2011 tatsächlich geblieben und ist dann aber nach Wolfsburg gewechselt, weil Magath da wieder unterwegs war und er wollte ihn unbedingt haben, aber dann durfte er auch in der ganzen Saison nur elf Spiele auf den Platz und musste danach halt auch schon wieder weiterziehen zu unserem zweiten Lieblingsverein in Hoffenheim. Ja, 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 das ist auch alles Quatsch gewesen, aber gut, ich habe so immer so das Gefühl gehabt, bei der Eintracht wäre er da noch länger geblieben oder hätte es auch noch besser funktioniert in seinem Fitness, hätte er teilweise auch noch, wie soll ich sagen, noch ein Level höher steigen können, also ein Spieler, in dem er sich länger und noch lieber dran erinnert, aber auch so, wenn er gespielt hat, war er eine defensiv feste Größe. Ja, das definitiv, das definitiv und ich habe einen kurzen YouTube-Bericht gefunden aus der damaligen, ich glaube, das war auch irgendwie Rannen- oder Sportschau oder irgendwas zu dieser Vertragsthematik, den hänge ich mal hier mit in die in die Shownotes mit rein, dann könnt ihr euch das nochmal nachgucken, ich hatte das total vergessen, fand das aber eine sehr interessante Thematik. Alright. Alright. So, und dann gucken wir mal noch auf den sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison 99-2000. Liebe Zuschauer, Alexander Schuh. Jetzt ist Schluss. Beitrag Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus. So, und da sind wir am Spieltag 6 der Saison 99-2000 und wir müssen wieder über einen Verein sprechen, über den wir heute auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, nämlich die Borussia aus Dortmund, gegen die haben wir nämlich damals am 25.09.1999 gespielt in Dortmund und haben da knapp 1-0 verloren, damit Dortmund vorgerückt auf den zweiten Tabellenplatz und wir abgerutscht auf den zehnten Tabellenplatz. Das Tor für Dortmund damals geschossen von einem gewissen Herrn Ricken und unter anderem damals bei Dortmund im Sturm ein gewisser Freddy Bobic. Guck an. Da schließt sich der Kreis wieder. Liebe Grüße. Ich bin doch unsicher, wenn ich deine Grüße weiß ich noch nicht genau. Also da passieren ja schon wieder Dinge, die mir ja nicht so gut gefallen. Deswegen erstmal vorsichtige Grüße. Vorsichtige Grüße, genau. Damals Trainer bei Dortmund, auch ein Menschen, den wir aus Frankfurter Zeit auch noch kennen, Michael Skippe. Oh wow. Stimmt, das war eigentlich, hättest du da nicht in Dortmund verliehen müssen, das war für die, er hat Ike Peba auch gespielt, ich hab's jetzt hier gleich nicht offen. War das die Zeit von denen? Äh. Peba Geiler. Er steht zumindest hier nicht in der Startelfelf. Jaja, der ist da drin. Der ist da drin, er war aber zumindest nicht in der Startelf und auch nicht auf der Reservebank. Genau, Dortmund spielte mit Lehmann, Reuter, Kohler, Nihus, Eva Nilsson, Dede, Stewitsch, Nährlinger, Reina, Bobic, Ricken und wir sind aufgelaufen. Wie die Reina, Alter. Ach du Scheiße, oh Gott, oh Gott, bin ich rein. Skurrile Fußballer mal wieder, wow, ey. Das ist auch so einer der letzten, das ist einer der letzten Freizeitfußballer, der es in die Bundesliga geschafft hat. Ja, auch eine Witz. Ach du Scheiße, das ist ja, oh, naja, das ist krass. Also ja, Dortmund irgendwie, ja, eigentlich keine schlechte Mannschaft, aber halt auch nicht, also auch schlagbar irgendwo, ja. merkwürdige Zeit damals. Wir sind aufgelaufen mit Nikolov, davor Bindewald, Kutschera, Jansen Gracht, Falk, Weber, Dombi, Held und ganz vorne Salou. Falk hat gespielt. Falk hat gespielt, ja, wurde aber dann auch irgendwann in der 80. 84. ausgewechselt für Westerthaler. Ist aber krass, dürfte einer der wenigen, ja, also wirklich ein Pflichtspieler von Pappen und Falk geben. würde ich gerade sagen, ja. Also, dass viele, viele Startelf-Einsätze hätte, glaube ich nicht. Naja. Startelf sehe ich jetzt hier nicht, aber in Summe hat er 13 Bundesligaspiele hier stehen. Auch insgesamt nicht viel. Auch insgesamt eher so überschaubar, ja. Das Bundesliga-Geschäft ist nicht einfach. Patrick Falk, jetzt erst 39, ja. Er hat auch mehr als nicht machen können, aber das weiß er wahrscheinlich selber, ja. Das ist richtig. Ja, krass. Es ist aber so ein ärgerliches Spiel gewesen, so knapp verloren. Ich weiß noch. Aber gut, ich meine, wenn du überlegst, was da auch immer aufgelaufen ist. Gut, Lehmann war schon im Tor, ne? Genau. Lehmann war im Tor, ja. Ja. Das Geile ist, es gibt ja echt so ein paar Spieler, die man kennt, die jetzt irgendwie bis vor kurzem noch aktiv waren, ne? Dede ist noch gar nicht so lang her. Dede war auch einer meiner Lieblingsspieler außerhalb von Eintracht, muss ich sagen. Geiler Typ, Alter. Leonardo Dede. Guter Mann. Finde ich auch, wer fand den auch nicht schlecht, ja. Hat auch echt viele Bundesliga-Spiele gemacht, 322 Bundesliga-Spiele. Naja, gut, das war echt so ein absolut, also ein mega Legende eigentlich, ne? Fand ich auch immer ein sympathischer Spieler, muss man mit haben. Ole, Dede. Guter Mann, ja, war ein sympathischer Typ, muss man sagen. Auch legendäres, dubioses Duo, trotzdem mit Eva Nilsson auch immer. Ja. Merkwürdige Vertragskonstrukte mit Parma und so, das war schon echt lustig. Stimmt, das war ja auch noch die Geschichte, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall besser als er hat Kapitanovic. Spiele, die es dann vom FSV Frankfurt weggeschafft haben, gibt es ja heute auch nicht mehr ganz so viele. Müsst du eigentlich mal wissen, was der eine oder andere Spieler heute so macht, also Giuseppe Rehne, ist der, ist der irgendwie, keine Ahnung, also hat der irgendwie nochmal was anderes gemacht oder so? Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, der ist irgendwo in der fünften Liga Trainer. Und so einer, der da rumsteht mit Jogginganzug, hat nach der Karriere bestimmt auch ein bisschen zugelegt. Ja, sieht so aus, die Anlagen, das ist genau so, ist halt schon ein Tier, wenn er, als er fit war, aber du weißt ganz genau, er hat den Hang zur Mopsigkeit, weißt du? Ich glaube, der sagt auch nicht, nein, wenn du fragst, machst du heute Abend was? Ja, ne, also ich finde jetzt hier zu Rehner gerade nichts Aktuelles, er hat von 2010 bis 2012 die A-Jugend der SV Holzwickete trainiert. Ja, es geht schon in die Richtung. So habe ich mir das vorgestellt. Stark. Ja, naja, nice, also ich meine, wahrscheinlich auch ein Lebemann, ich müsste einfach mal gucken, ob er sich vielleicht in den Pizzerien in Frankfurt mal rumtreibt oder so, muss man da einfach nochmal vergegenwärtigen, da kann ich mir schon vorstellen, dass da das ein oder andere passiert. Naja, gut, aber geil, aber diese Rückblicke mag ich deswegen, weil ich auch so ein bisschen so nostalgisch immer wieder in diese Spielerrichtung gehe, weil so Giuseppe Rehner, das waren einfach Typen, Dede haben wir auch gerade drüber gesprochen, den konntest du ja auch gar nicht sauer sein. Ja, ist richtig, ist richtig. Bei Christian Nerlinger sieht es anders da aus, aber ist was anderes. Ja, schön, ich hänge euch den Link zu dem Spieltag dann auch wieder in die Shownotes und dann könnt ihr euch da selbst nochmal ein bisschen durchklicken. Sendungstitel, wo ist Billy Rehner? Das verliert sich tatsächlich einfach, 2012 verliert sich die Spur. Ja, wir brauchen irgendwann mal so ein Fußball 2000 Spin-Off vom Spin-Off und zwar machen wir dann, wo ist eigentlich? Da müssen wir aber hinterher fahren und irgendwie so mit so einer Sherlock-Holmes-Mütze und so einem Trenchcoat stehen und sagen, hier verliert sich seine Spur. Tatsächlich war das, stand es ja auf einem meiner Pläne, als wir uns letztes Mal getroffen hatten zu einem Workshop-Tag, hatte ich auch, ich glaube ich auch mal kurz angerissen, weil spannend ist es auf alle Fälle. Ja, spannend ist es auf jeden Fall, auch mal mit irgendwie anderen Leuten aus den Zeiten noch irgendwie zu sprechen könnte da auch schon interessant sein. Ja, aber ich mache jetzt einen Christian Werns, aber den konnte ich auch nie nennen. Du hast aber auch einen der sympathischsten Menschen rausgesucht. Hallo, ich bin der Christian. Da hast du auch gedacht, Innenverteidiger ist die falsche Position für dich. Der Schiedsrichter ist auch blöd. Also meine Güte, ich konnte den Typen echt nicht leiden, ey, ne? Oh je, Christian Werns, aber mittlerweile deutscher U18-Nationaltrainer. Die Ansprache, wie ich jetzt sehe, das ist. Aber ganz ehrlich, das wundert mich dann halt auch nicht, ne? Also, dass so jemand, Christian Werns, hallo, ich gehe zu Paris, hallo, Paris Saint-Germain. Ja, und so ein Typ jetzt Trainer bei der Nivea-Mannschaft, das wundert mich halt auch kein Stück tatsächlich. Ah ja. Aber das finde ich an dieser Kategorie am allerspannendsten eigentlich. Meine Eintrachtspieler hatten da dann irgendwann drin und weiß auch eigentlich, wie die Sonne gelaufen ist, aber die Gegner ist halt auch geil zu sehen, ey. Ja, zu sehen, mit wem die da spielen und was die dann da heute, heute so alles treiben oder auch nicht. Ja. Spannend, spannend, spannend. und dann biegen wir jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade ein, wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge, aber wir müssen ja noch eine Verlosung aus der letzten Woche auflösen und das findet in der Kategorie der Empfehlungen statt. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Wir hatten ja in der letzten Woche unseren kleinen, ja, unsere kleinen, kleinen Wettbewerb zwischen Pro Evolution Soccer und FIFA noch mal so ein bisschen weiter geführt. Ich habe mittlerweile FIFA noch ein bisschen mehr gespielt und bin sehr begeistert von dem Spiel. Ich nehme an, Basti hat noch ein bisschen Pro Evolution Soccer gespielt, sofern das denn irgendwie vor dem Wochenende möglich war. Nicht so viel mehr. Nicht so viel mehr, genau. Aber wir hatten ja gesagt, oder Basti hat von Konami einen Lizenzcode zur Verfügung gestellt bekommen, den wir hier auslosen wollen und wir hatten euch da ja dazu gebeten, um an dieser Auslösung teilzunehmen. Ihr müsstet einfach nur den Sendungstweet retweeten. Das haben auch 147 Menschen, oder das hat 147 Mal stattgefunden und ich habe jetzt hier die Liste der Retweets offen und Basti sagt mir jetzt zwei Zahlen, nämlich erstmal die Zahl, ab der ich anfangen soll zu zählen. Damit es nicht so lange dauert, sage ich mal. Die 33, die 33, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, drei. Was hättest du denn gemacht, wenn ich 112 gesagt hätte? Jetzt zählt er leise. Jetzt zähle ich leise, genau. So, und dann jetzt die zweite Zahl und dann musst du sagen, ob nach oben oder nach unten. Dann nehmen wir die acht für Gibril Zoo nach oben. Die acht nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist der Ed Bockenheimer Bub. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Am besten schreibst du dem Basti einfach auf Twitter eine Direct Message und dann schickt er dir den Lizenzcode zu und dann kannst du das installieren und uns dann mitteilen, wie sehr dir das Spiel gefällt oder ob FIFA dann doch vielleicht das Bessere ist. Ach, René. Ich probiere es einfach weiterhin. At least you tried. Ich meine, ist ja okay. Jeder hat da halt Vorlieben. Ich bin dann halt eher so in dem, auf dem Arcedigeren, wer halt wirklich realistischen Fußball spielen will, der muss halt ganz klar zu Pro Evolution Zocker. Das ist halt ein geiles Wort. Ich bin auf dem Arcedigen Weg unterwegs. Korrekt. Berliner Arkaden, naja. Gut. Nun ja, man kann das probieren. Ja, ja, ja. Okay. Das wollte ich sagen. Ja, wie gesagt, melde dich, wenn du mir keine DM schicken kannst. Twitter mich an, Land. Ich schicke dir einen Code. So ist es. Habt ihr denn sonst noch Empfehlungen in dieser Kategorie? Ja, Empfehlungen habe ich. Keine Spielempfehlung, aber ich habe so eine vorsichtig, ich habe jetzt zwei Folgen davon gesehen und zwar Skylines, ja, einer Sendung, die sich mit natürlich der Stadt Frankfurt auseinandersetzt, von Netflix. Ist keine typische deutsche Serie, deswegen gucke ich sie auch. Gab ja auch andere gute deutsche Serien in der letzten Zeit, unter anderem hat mir auch Babylon Berlin gefallen, aber Skylines hat das Potenzial, ganz gut zu werden. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei zwei Folgen. Ist sehr, natürlich, sehr Hip-Hop-lastig, ne? Es geht so ein bisschen, naja, diese Szenen halt. Musikanteil gefällt mir ganz gut, auch weil viel normale Musik verwendet wird, also Musik, die man eher auch kennt. Nur sechs, nur sechs, ne? Fand ich super geil. Rute Theorie, jetzt wird ermordet! Das Schlimme ist, ich kriege es nicht mehr aus meinem Kopf. Aslan öffnet die Hellenpforten, ja, meiner. Ja, genau, genau. Es ist auch vollkommen egal, ob das jetzt wirklich so gut ist oder ob man es halt irgendwie nur feiert, weil es halt so eingängig ist, aber das schaffen sie schon ganz gut. Ich finde auch die schauspielerische Leistung von dem, was ich mir bis dahin angesehen habe, ist durchaus respektabel. Bin mal gespannt auf den weiteren, ja, wie soll ich sagen, auf die weiteren Ausfranzungen der Folgen beziehungsweise der Serie beziehungsweise der Storyline an sich, aber das ist schon ganz gut. Okay. Also Stern und FAZ waren auch angetan. Das sei jetzt nichts zu, aber gut. Ja, okay. Ich werde das alleine nur wegen Frankfurt schauen. Ich habe jetzt, ich habe verschiedenste Varianten gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich habe auch noch nichts davon gesehen, werde es aber gleich mal auf die, auf die Liste, auf die unendlich lange Liste der Dinge, die ich noch schauen will, packen. Es hat eine spannende Genese gehabt, weil ich, man muss sagen, weil am Anfang war es nämlich wirklich so, dass ich mehrheitlich negatives Feedback, bevor es eigentlich erschienen ist, mehrheitlich negatives Feedback gelesen habe. Jetzt, wo es offen oder verfügbar für jeden ist, dreht sich das fast ein bisschen ins Positive, wo ich jetzt auch schon öfter gelesen habe, ja, nee, doch, ist ganz gut und so weiter und so fort. Mal gucken, was ihr sagt. Ich bin da auch total schmerzfrei, wenn ihr sagt, das ist nix, dann ist es halt nix. Das ist für mich auch okay, aber dafür, dass es eine deutsche Serie ist, die Frankfurt thematisiert und auch, ich meine ganz ehrlich, ich weiß, ihr seid alle so Tartort-Fanboys und so und Fangirls, das ist auch vollkommen legitim, aber beim Tartort passiert auch echt schon viel Scheiße manchmal und da sind auch nicht alle Storys so richtig geil. Insofern bin ich mal froh, dass auch mal ein anderes Bild von Frankfurt gezeigt wird, aber gut. Ja, sehr schön. Dann, wer noch Platz hat auf seiner Netflix-Watchlist, kann sich das da mal hinzufügen. Ich hätte tatsächlich mal wieder ein Buch. Ich habe noch nicht viel davon gelesen, ich bin erst so bei den ersten, mit den ersten zwei Kapiteln durch und zwar Football Leaks 2. Ah, da bin ich auch gerade mittendrin. Wo bist du? Ich bin bei der Ronaldo gerade. Äh, ne, ich bin noch ziemlich am Anfang, ich stecke gerade so Ende, erstes Kapitel. Ah, okay. Dann bin ich noch ein bisschen weiter. jetzt vorgestern erst angefangen zu lesen, ist aber, ja, die logische Fortführung dieser ganzen Story und, ja, ist bislang, würde ich sagen, genauso gut geschrieben wie das erste und jeder, der sich mit dem Thema auch nur annähernd irgendwie beschäftigen will, wird an dieser Lektüre nicht dran vorbeikommen. Wobei man hier ja natürlich auch festhalten muss, dass, äh, für ihn, ähm, also für einer der Autoren, ähm, also jetzt hier Rune, wie heißt der Rune, nee, das ist nicht Rune 4, jetzt gerade verwechselt, aber Raffanelli, ähm, Raffanelli, Raffanelli, ja, das momentan ja nicht so ganz so gut läuft, ne? Ja. Wisst ihr auch nicht, was ich meine? Das mit diesem, dass ihm angeblich sein Handy in die Pfütze gefallen ist oder irgendwas. Was? Nee, das ist auch eine interessante Story. Hahaha. Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint, aber das kannst du mir gleich näher erläutern. Ähm, nee, ich meinte eigentlich, dass eine Story von ihm, die er 2014, oder ich glaube ein bisschen später, äh, veröffentlicht. Ja, das meinte ich aber. Ach, Im Zuge dessen wollten die Chats kontrollieren und sagte er, ich habe Screenshots gemacht und mein Handy ist in die Pfütze gefallen. ähm. Ach so. Es sollte Teil der Verifizierung seiner Story sein und er konnte es aber nicht liefern, weil er angeblich sein Handy in die Pfütze gefallen ist. Oh, okay. Also merkwürdige Erklärung dafür, aber ich glaube, dass die Story ihm tatsächlich gerade um die Ohren fliegt. Ich finde es so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, okay, ja, wie soll man sagen, dieses Buch wird ja tatsächlich sehr, sehr kritisch gesehen, auch von anderen Journalisten. Mhm. Die dann sagen, ja, es ist doch klar, dass der ein Hacker ist und so ein Kram. Ich habe da auch echt noch keine abschließende Meinung zu. Ich finde trotzdem das Buch spannend. Also von daher, ich lese es auf jeden Fall trotzdem. Ja. Ich habe es auch zu Hause. Ja. Das ist schon sehr, 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 ja, es ist auf jeden Fall so geschrieben, dass du es nicht weglegen willst. Also unabhängig davon, ob man da jetzt sagen kann, okay, was stimmt und was nicht und wie hätten die mit diesen Daten umgehen sollen, blablabla. Muss man sagen, es ist halt trotzdem einfach spannend. Also ich lese es auf jeden Fall. Ich finde es auch echt gut geschrieben. Und ja, das Ding ist, diese, was Marvin angesprochen hat, da kommen schon merkwürdige Sachen raus. Auch die Erklärung, warum das nicht kontrolliert wurde, ist ein bisschen strange. Ich warte aber trotzdem, glaube ich, ab, bis er sich selber äußert. Also mal gucken einfach, weil er hat sich ja jetzt öffentlich noch gar nicht geäußert. Der Spiegel hat jetzt gesagt, es gibt Zweifel an der Story. Aber ich finde trotzdem, dass man da ein bisschen abwarten sollte, was er dann sagt. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Der Fakt ist ja auch, dass er auch viele gute und auch wasserdichte Storys ja auch schon gemacht hat. Es ist halt nur so, und ich meine, wenn wir das auf ein rationales Level einfach bringen, ist es ja so, auch der Spiegel ist aber gerade halt enorm unter Bedrängnis. Und die müssen halt sehen, dass diese ganze Relotius-Kiste den nicht nochmal auf die Füße fällt. Deswegen ist es eigentlich doppelt so, dass jemand wie Pushman, der ja auch ein erhöhtes Niveau beziehungsweise erhöhte Position dort hat, doppelt aufpassen muss. Also keine Ahnung. Deswegen müssen die da wahrscheinlich auch noch mehr Vorsicht walten lassen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, dass er sich irgendwie vielleicht auch erklären kann, weil er sollte ja, glaube ich, auch ein Teil oder sogar Leiter des Investigativ-Teams dort werden. Das hat sich jetzt, glaube ich, nicht bestätigt. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das sich positiv auflöst, denn T-Stories, die ja auch schon wasserdicht waren, die ja auch mehrfach bestätigt wurden, die wir ja schon kennen, rund um Football-Leaks, die waren ja auch schon spannend genug und haben uns ja doch das Ganze ein wenig näher gebracht, auch wenn wir nicht alles positiv waren. Ja. Das ist richtig. Ja, also von daher, wer neben der Netflix-Serie und vielleicht irgendwie dem Zocken auf der Konsole noch Zeit für ein Buch hat, dem sei das Buch auf jeden Fall empfohlen, weil es auf jeden Fall spannend ist und auch das eine oder andere dann da wieder zeigt. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Naja gut, Empfehlung für, wenn es die zweite Staffel Skylines gibt, dass da Basti endlich mal teilnimmt, weil bislang kann ich so eine Folge oder so eine Serie nur bedingt ernst nehmen, wenn es um Frankfurt geht. So ein kleiner Tipp. Falls Basti dann da neben den ganzen Podcasts und sonstigen Sachen überhaupt noch Zeit hat. Dafür würde ich mir Zeit nehmen, René. Können wir sich freiräulen. Gut zu wissen. Naja, gut. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Die neue Elf Freundes draußen, die habe ich jetzt auf dem Rückflug aus Berlin gelesen. Rückflug, shame on me. Die heißt, der Titel der Geschichte ist unkaputt, weil da geht es halt hier um Aachen, Lautern, 1860 München. Lustigerweise hatte ich mich das in einer der letzten 93 Folgen so gefragt, wie es Fans eigentlich von solchen Vereinen geht. Also so, weil ich meine, wir haben mit Eintracht auch viel mitgemacht, aber dieser Komplettabsturz, den gab es ja bei uns nicht. So wie bei anderen Vereinen. Wie das für Fans sein muss, weil du gewinnst dich ja, weiß nicht, du bist ja manchmal in der Bundesliga und dann lustigerweise hat Elf Freunde dann tatsächlich irgendwie diese Titelgeschichte jetzt rausgebracht, wo halt Fans beschrieben werden, wie das halt für die ist, die dann wirklich schon in den Erfolgszeiten dabei waren und diesen kompletten Abschluss miterleben. so eine Mischung aus Trotz und Verzweiflung und trotzdem Loyalität gegenüber dem Verein und dass dann die Zusammenhalt unter den Fans fast schon größer ist als der Verein selber und so weiter und so weiter. Das ist ganz interessant geschrieben. Ja, Elf Freunde kann man eigentlich immer empfehlen. Ja. Das finde ich. Korrekt. Meine Meinung. Na ja. Gut. Jetzt werde ich diesen scheiß Dialekt loswerden müssen, den ich mir jetzt hier über das Wochenende eingeeackert habe und freue mich, dass Marvin und ich uns übermorgen schon sehen. Oh ja, ich habe auch Bock drauf. 06, 06, 9. Lass uns das. Leute. Dann würde ich sagen, machen wir dann auch den Sack hier zu. Wenn Basti, du wissen willst, wie der Portugiese so an sich spricht, dann kannst du Enzo nochmal fragen. Ich habe gehört, der kennt sich da bestens aus. Wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich ein bisschen später tatsächlich hier erst wieder senden, was jetzt aber auch durch die Länderspielpause uns ganz entgegenkommt. Wir da so ein bisschen Zeit hinten raus haben. Also von daher, nächste Woche könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Werden wir nicht am Dienstag aufnehmen und somit auch nicht am Mittwoch eine Folge veröffentlichen, sondern wahrscheinlich eher so Richtung Ende der Woche. Bis dahin haben wir dann aber auch uns alle von den anstrengenden Spielen erholt ihr beide hauptsächlich dann von den vielen Reisestrapazen über Luxemburg, das Rheinland, Portugal, Amsterdam, Oberhausen, whatever. Von daher ist es glaube ich für uns alle ganz gut, wenn wir da eine kleine Pause haben. Wir wünschen allen denen, die ebenfalls jetzt sich die nächsten Tage auf den Weg nach Portugal machen, eine schöne Reise. Ein wunderschönes Fußballspiel. Bringt Punkte mit. allen viel Spaß im Spiel gegen Bremen und dann melden wir uns in der nächsten Woche. Was? Warum lacht ihr? Ich glaube, was wir nicht hatten, irgendeinem der Weiß nicht, wann wir das gesagt haben oder ob wir das persönlich gesagt haben oder gar nicht. Das haben wir persönlich, als wir im Jachtklub bei Schantel waren, haben wir uns über triviale Sprüche aufgeriebt, wie hübring drei Punkte mit. Ich kann da nichts machen! Warum nicht? Ja, weil ich spiele. Ach, du bist auch krank. Naja, das geht gerade rum. Danke! Ach so, dann ist es ja nicht so schlimm. Ja, genau. Vielleicht kann ich hier noch drei Punkte mitbringen. Naja. Naja, so. Gut. Dann sage ich jetzt nichts mehr, dann drücke ich jetzt einfach auf den Knopf und jetzt kommt das Auto. Tschö! Ciao! 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 Hey! 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 Ich kenne die 不atralde! Hey! . Ich kenne die auf, Ich kenne die empatralde! Gut. Echt. Gut. 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 Hey, hey, en ganabung forn пред, hey, hey, en ganabung forn